hell yeah so herzlich willkommen zu einer neuen folge hartcast wie der rheinische mitbürger jetzt vielleicht nennen möchte darf ich vorstellen der durstige dizzy und der 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 alex der leider nur noch ganz kleinen rest bei sich in der flasche hat ja ich hab extra hier alles da alles 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 am stüssel alles am stüssel ich bin quasi das hatte ich vorbereitet das andere hatte ich ja gut ja das stimmt ich denke wir fangen erst mal ein bisschen geplänkel und small talk an und dann und dann sagen wir so hey leute wenn ihr irgendwas wissen wollt vielleicht am liebsten mit so technisch im hintergrund damit wir nicht nur über hast du angst dass wir dass wir zwei stunden nicht füllen nein nein das glaube ich wirklich besonders direkt rein ja ich habe also meine idee wäre es eigentlich wir dürfen sofort rein in die in die orgel okay hast du schon eine frage ich hätte ich hätte ich hätte ich hätte eine nicht so ganz ernst gemeinte frage soll man ja klar rein wir testen einfach mal okay also wie das wie das prinzip funktioniert ist ja ist ja bewusst ja klar ja ich weiß ich habe mich heute damit auseinandersetzt bin ready okay 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 dann ploppe ich bei mir mal eben kurz die frage rein nummer eins weil es ist halt die frage das passt so gut weil das ist halt frage nummer eins ja seid ihr der meinung dass ihr zu viel hardware habt kappa hahaha ich glaube das wäre so als wenn du jemanden fragst glaubst du dein auto hat zu viel ps also ich würde auf die frage ernsthaft antworten und sage nein mit der festen überzeugung ich würde sagen meine antwort lautet es gibt nicht zu viel hardware es gibt nur vielleicht die für den anwendungsfall falsche hardware und dann kann es sein dass sie vielleicht auch zu stark ist oder zu teuer weil 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 aber zu viel also ich glaube nicht dass ich zu viel hart werben nein ich auch nicht weil ich habe vor ein paar jahren mal so so auch mal so ein cut gemacht habe und nicht jeden scheiß in meinen keller gestellt habe weil ich auch nicht mehr so viel platz hatte und alles dann mal also ne ich habe ja viel bin ja viel los geworden so die richtung ja ja stimmt schon stimmt schon so wer ist das ist das jetzt so war das so okay oder ja 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 ich denke das war die richtige antwort ich glaube schon ja kennst du das wenn du in so einem vorführeffekt bist und es geht einfach nicht weg äh nee kenne ich nicht es geht nicht weg ich refreshe noch mal eben kurz mach doch jetzt mal weg ja also feature feature chat hatte hatte von das problem dass ich mich einloggen konnte ich kann mir vorstellen dass die also ich habe ich refresh die seite gerade und die lädt sich gerade tot ich kann sein dass die heute echt ein bisschen probleme haben wir haben aber echt also ich habe mit sowas immer ein glück immer lädt sich gerade kaputt kann sich ausblenden kann sich einblenden also ich kann meine frage jetzt ausblenden ja aber dann ist das ganze auch wieder weg willst du mal bei dir probieren ob die seite noch geht also meine scheint zu gehen ja hier kommt jetzt frage reingedeift opti grill oder opti grill elite einfach antwort ja ach so ja ich sage lide ganz klar wir haben ja letztes letzte folge ja erst genau darüber gequatscht so und also wenn ich wenn ich heute mit meinem heutigen wissen mir ein opti grill kaufen würde dann würde ich mir den opti grill lite kaufen aber ich würde glaube ich niemanden empfehlen der der sich jetzt ein opti grill kaufen möchte jetzt sofort eine lide zu nehmen weil man ja nicht weiß ob die person da bock drauf hat oder nicht so ne weil der preisunterschied ist ja teilweise schon noch sehr gewaltig weiß nicht was die gerade wirklich kosten aber ich glaube ich glaube ich glaube den einen kriegst du für knapp unter 100 und der andere der kostet minimal 130 140 euro der lite kostet glaube ich 280 ja man kriegt den auch der steht bei my deals und sowas immer mal drin keine ahnung bestellen in bestellen in niederlanden für 140 130 so um den dreh um meine ich hätte ich das gesehen und also wenn man bock auf auf das hinterherlaufen hat so ne ja ja und was der opti grill lite ja meines wissens nach nur besser macht ist der hat mehr boost also der kann ein bisschen schärfer anbraten der hat eine etwas andere form was keinen unterschied macht und der der hat halt mehr programme plus du siehst halt diese du hast nicht einfach nur dieses farbige diese farbige led die das anzeige also diese diese farbige lampe dieses anzeigt sondern sondern du siehst halt auch den so ein timer wie wie lang es bis zur nächsten stage geht und das finde ich wirklich sehr praktisch ja weil man dann sofort nämlich sieht alles klar okay mein fisch ist als beispiel vom fisch oder hähnchen der hat so längere programme hat okay die nächste stage ist in erst drei oder vier oder fünf minuten erreicht weil das ist echt praktisch der ist schon sehr praktisch der elite also ich würde den elite nehmen okay also ich kann ausblenden hast du ja sollen wir jetzt so hin und her machen oder hast du etwas richtig gutes du ich du ich du ich du ich und fertig also du hast nichts ich bin wirklich gespannt ob wir zwei stunden voll kriege ich wir kriegen sowas von zwei stunden voll diese frage richtet sich ganz allein an dich weil ich die person vorhin auch schon als fanboy bezeichnet habe und frage richtet sich an dich wird sie sich etwas neues von apple kaufen was gestern vorgestellt wurde ich habe keine ahnung was gestern vorgestellt wurde hast du sie noch nicht angeguckt ich habe mir ich habe mir ein video angeschaut eine zehn minuten zusammenfassung von den wichtigsten teilen also das ist das die tablets handys bla ja ich habe das tablet also mein handy ist nicht mal zwei jahre alt also doch nee letztes jahr im mai habe ich das gekauft kurz vor lockdown und tablet auch also ich weiß nicht brauche ich nicht nicht wirklich die einzige also wirklich das einzige was ich immer noch auf dem zettel habe ist irgendwie so einen richtigen mac also ich habe ja hacken posch und so ein richtiger mac glaube ich den würde ich noch mal fühlen ja so neun da wäre ich glaube ich da wäre ich glaube ich noch mal dabei aber sowas wurde gestern gar nicht vorgestellt das war glaube ich rein mobile also rein rein also was ich in meinem video gesehen habe vorhin war halt nur tablet und handy glaube ich meine ich da bist du da bist du raus also hier apple smart watch 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 die ist auch ein bisschen das display geht es mehr bis an den rand und ja besser meine funktioniert ja auch noch also muss ich mir jetzt nicht ein neues modell kaufen haben wir aber das sind auch so sachen ich habe jetzt noch noch weitere fragen hier aber das sind jetzt so sachen da haben wir auch schon viel drüber geredet das ding ja da habe ich auch gleich die die nächste hinterher die kann ich auch kurz noch mal reinschmeißen hier ist auch in richtung apple was mein fazit zu den airpods ist also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen das ist das geilste stück hardware was ich mir dieses jahr gekauft habe bin ich ganz ehrlich weil das einfach so unfassbar fucking nahtlos funktioniert alles also du kannst zwischen den geräten einfach easy peasy wechseln ohne groß in irgendwelches bluetooth gedöbel zu gehen also ich zum beispiel ich habe die wirklich wenn ich nichts dreamer durchgängig in den ohren also morgens nach dem aufstehen zum laufen in den ohren ich gehe duschen legt die raus auf meinem handy läuft musik weiter ich stecke die wieder rinnen läuft musik auf den ohren weiter das annehmen mit draufdrücken siri und den ganzen scheiß und dann zwischen tablet wechseln zwischen macbook wechseln ist für mich einfach finde ich persönlich die besten 180 euro die mir viele dinge erleichtert haben und mir eine menge spaß bringen muss ich sagen und ich finde wirklich also ich finde es krass wie schnell die dinge laden das sind zehn die sind glaube ich gefühlt in 15 minuten sind die voll das richtig crazy und halten dann drei oder vier stunden das ist einfach ich habe mir von den lounge von 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 xiaomi angeschaut ist nicht deine marke ist android weiß ich auch alles doch doch ich habe mich telefonen auch drei stück gehabt schon dass das neue 11t kann bis zu 100 prozent in 17 minuten geladen werden 17 ja gut aber wie wir letztens schon festgestellt haben schaumitelefone kosten jetzt aber auch einfach mal sieben bis 800 das ding fängt jetzt bei 649 an und kostet dann 699 das ist dann aber auch das größte also das ist das wo dann wo dann apple jetzt anfängt und dann noch 2000 hoch geht bis zu 1800 plus care und so das größte hat früher 400 gekostet also naja dadurch dass sie jetzt halt auch so eine show haben und den ganzen klarer da schon blöd sind es wird teurer es wird einfach es ist unabdinglich dass es teurer wird so klar klar so dann blenden wir das mal aus hier du hast du hast ein aber selbstverständlich das etwas technischer natur wie kann ich den stream von einem freund bei mir in ob es einbinden da gibt es mehrere möglichkeiten aber da gibt es wirklich mehrere möglichkeiten da gibt es da wird sogar zu oder habe ich gestern zufällig ein video bei den geekfreaks haben die glaube ich gesehen oder gehört also das wie das einfachste wie man einen stream in den ob es einbinden kann ist ja du lässt also ich soll wir kurz einmal durchkaspern und dann oder willst du was da eben so lange du bist gerade dabei los okay also das einfachste ist natürlich wenn du beispielsweise bei dir den bildschirm abgreifst und hast da einen browser offen und lässt den stream da einfach laufen richtig das ist das einfachste auf der welt so ist das funktioniert das gut nein weil du hast natürlich dann delay also angenommen du wirst mit einem kumpel jetzt noch in einem voice chat dann greifst du also ist der voice chat also mehr oder weniger mit einem kürzesten delay bei dir innerhalb von ein paar millisekunden aber der stream würde noch ein paar sekunden dauern bis das ist das wäre also immer wäre also immer ein bisschen soll man sagen ein bisschen mit delay behaftet und das genau das gleiche ist auch ich lese gerade mal im chat man könnte den streamer auch mit einer browser source einbinden also man könnte dann zum beispiel sagen ich möchte nur den den player bei mir im stream eingebunden haben das hätte aber auch ein delay weil wir greifen ja immer noch den streamer wenn die andere die seite also wenn der kumpel beispielsweise eine etwas stärkere maschine hat oder anders gesagt auch ein ein bisschen mehr bandbreite vielleicht zum upload zur verfügung hat dann könnte man zum beispiel so was wie obs ninja nachdenken weil da kannst du auch den ganzen bildschirm abgreifen und drüber schicken aber das müsste man mal ausprobieren ob das dann nicht auswirkungen auf den stream hat oder auf das spiel habe ich schon immer das geht also es geht und das dürfte dann ein kleineres delay haben also die webseite nennt sich obs.ninja das ist auch das ding wie ich jetzt quasi von dem herrn hier sein bild bei mir reinkriege und andersrum weil dann hast du halt möglichst kaum delay oder kein delay und also sehr geringes delay sagen wir es einfach mal so und ndi arbeitet im prinzip auch an an so einer ähnlichen lösung die das die du auch direkt übers netz schicken kannst also nicht nur über ein lokales netz sondern sondern auch über das internet direkt so aber diese diese bridges sind da wohl noch nicht für die öffentlichkeit beziehungsweise sind auch nicht fertig so da gibt es gerade ein video von wie gesagt geekfreaks die sich mit dem thema auseinandergesetzt haben und dann läuft das aktuell so dass man halt bei sich halten das sdk installieren kann und du kannst im prinzip dann auch genau wie bei obs.ninja sagen ich möchte den bildschirm abgreifen ich möchte eine kamera abgreifen kann das halt im netzwerk hin und her schicken und dass das dann auch über das internet und die die zukunft könnte dann halt sein wenn alles eingerichtet funktioniert ist dass du halt auch mit deinem handy mal eben die die in der app kaufen kannst die kostet 21 euro die habe ich damals schon mal gekauft die ältere version davon habt ihr auch benutzt nur halt eben jetzt die neuere version und dann könnte man jedes handy halt genauso einbinden wie jetzt zum beispiel die elgato epoch cam oder droid cam obs nur halt eben auf diesem ndi niveau so und dann ist es egal ob das über über das internet läuft über mobilfunk läuft oder über deine deine lokale leitung halt irgendwie läuft das sind so die drei sachen die mir jetzt so auf anniebe einfallen ehrlich gesagt ja die frage die frage ist ja auch immer was was von dem was von dem stream möchte man einbinden das kommt das gameplay die 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 kamera alles den ganzen stream ja aber das sind die möglichkeiten ja 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 und im chat steht auch man könnte auch ein discord stream machen also wenn 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 es darum geht das gameplay einzubinden diese möglichkeiten gibt es auch aber die sind finde ich nicht gut scheiße richtig scheiße obs stream äh discord stream ist richtig scheiße also selbst mit mit nitro ist das richtig kacke müll richtig müll hast du noch was fällt dir noch was so ein gameplay na gut wenn es nur das gameplay ist also ich würde mir ich würde mir das ich würde das erstmal ausprobieren ob das mit mit obs ninja gut funktioniert ja oder halt eben eine ndi lösung da muss man nicht viel rumbasteln und kann das halt sofort machen also ob es ninja wie gesagt man kann entweder eine kamera freigeben oder halt eben dann den bildschirm ich bin sehr empfindlich wenn es um solche einschränkungen geht latenzen geht wenn 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 das spiel sich nicht mehr so direkt anfühlt ein bisschen schwammig anfühlt das muss müsste ich wie gesagt einmal ausprobieren aber gehen sollte das da muss muss der kumpel nämlich auch nichts großartig installieren ist nämlich auch geil ich habe hier noch was schönes habe ich ehrlich gesagt mich noch nie damit beschäftigt aber frage kam von hinten habt ihr schon mal über stereo mikrofone nachgedacht pros und konz steht bei mir auch hat er auch hinten geschrieben habe ich noch nicht darüber nachgedacht und habe mir auch ehrlich habe mich damit noch nie beschäftigt also ich kenne stereo mikrofone in allererster linie von menschen die als mehr machen und auch dann gerne mal an diesen ohren rum also lecken ach so die dinge ja ach so ich habe ich mir noch nie darüber gedanken gemacht weil also mono mikrofone sind ja kommen ja eh als ja ich sag mal in anführungszeichen stereo an so aber also bei mir wäre es ja dann also wüsste ich da so bei mir macht das ja keinen unterschied so weil ich trage das ja aus komfortgründen genauso und das macht ja bei mir dann keinen unterschied also ich glaube wenn du jemand bist der der oft gäste hat und du möchtest dass man die so hört wo sie halt auch sind im raum also dass der räumliche klang und unterschied macht ich glaube dann kann das schon sinn machen aber ich glaube die meisten streamer die gäste haben haben dann auch irgendwie sowas wie bügel mikros lavoyer mikros oder mehrere mikros dann bei den entsprechenden stations und das sind auch meistens mono mikrofone ja also ich weiß nicht keine ahnung würde ich jetzt nicht so fühlen wenn ich nur den einen auf dem einen ohr höre und den anderen auf dem anderen da würde ich wahnsinnig werden feiere ich halt gar nicht aber moment bei deinem IRL setup hast du ja die sony cam ja ist das ein stereo mikrofon da drin ja also wenn ein auto von links nach rechts durchs bild fährt dann hört man es von links nach rechts sollte so sein ja aber das ist ja auch ein ganz anderer schnack jetzt so das ist ein bisschen ein bisschen was anderes also wenn du jetzt sag ich mal in einem raum sitzt im normalen stream normalen umfeld und hörst den einen da und den anderen da würde ich das glaube ich ziemlich nervig finden ich glaube auch ich glaube auch also ich habe mir über stereo mikrofone auch noch nie wirklich gedanken ich habe gesehen dass es stereo mikrofone gibt aber ich bin da nicht die an die anwendung dafür nein auch nicht gar nicht voll überhaupt nicht okay werdet ihr mal wieder in vr reinschauen wenn da wieder neue headsets kommen schaut zu welf du hast mehr mit vr gespielt als ich ehrlich gesagt also ich sag so wie es ist ich glaube dass vr sich nicht in den nächsten jahren in irgendeiner form durchsetzen würden glaube ich weil das ist einfach immer noch nicht der der standard so von den dingern also das bild ist immer noch nicht so geil und also die games sind alle sehr cool aber dieses ganze kabelgelöte ist immer noch ja bisschen schwierig ich weiß dass es auch mittlerweile wireless sachen gibt aber das halt mit dass immer noch so ein großes gedinge und gedödel an der birne und denn als streamer ist das eh finde ich persönlichen großer abfuck weil du nicht so mit dem chat interagieren kannst du bist so in deiner zone ja am anfang hat schon spaß gemacht und die games sind auch alle ganz witzig und spaßig aber ich glaube nicht dass da zukünftig noch mal ein großer sprung passiert also zum beispiel auch das half life ding ist ja komplett untergegangen das war eigentlich der dümmste buch den sie machen hätten können also bei mir ich habe zwar ein vr headset aber da bin ich also ich habe da auch nur ein bisschen mit rumgespielt also also ich habe ich sehe natürlich dass so sachen wie beat saber und so was die dann auch mal ganz gut ankommen aber ich bin da nie so richtig reingerutscht ehrlich gesagt ich bin da nie so richtig reingerutscht das war nicht so mein ding also ich weiß nicht über vr könnte wahrscheinlich eine ganze stunde sprechen also im thema ist und ich weiß ja auch dass der drache da selber sehr ambitioniert ist und da und da in dem thema wahrscheinlich tiefer drin steckt als wir beide ich habe kann dazu aber nicht wirklich sagen weil weil ich habe halt auch beim spielen von verschiedenen games in den demos und ein zwei spielen die ich halt auch so habe also gekauft habe bei mir halt auch gemerkt so ja also bei mir ist einfach so grundsätzlich dieser funke nicht übergesprungen und das wird sich auch nicht ändern wenn neue headsets reinkommen und ich glaube auch nicht dass die industrie jetzt irgendwie da so vollgas gibt und 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 also ich meine es wird das wird so eine nischen industrie bleiben und glaube ich zumindest und ich glaube auch nicht dass das jetzt darauf der massenmarkt auf einmal sich so denkt so vr der shit ist für streamer also vr ist für streamer eh kacki sag ich wie es ist ist für streamer nicht geil also ich finde das schon witzig wenn du einen streamer zuschaust der sich von einem greenscreen komplett aufnimmt und dann zu beat saber rumhampelt und das finde ich schon witzig also wirklich aber das ist halt das ist halt das ist das ist auch endlich na also du schaust da eine halbe stunde zu und naja genau dann habe ich hier ähm eure empfehlung für sound voice setup also mikrofon output und anbindung für 150 euro und annehmbare qualität mit 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 mikro ja hätte 150 euro wird echt dünner ja na da kannst du dir dann halt so einen komischen mixer kaufen für 20 mark irgendwie gefühlt da würde ich mir dann glaube ich echt einfach nur ein headset kaufen ein ordentliches also 150 euro ist wirklich ganz schön knapp bemessen also dann kannst du hier wird würde ich fast sagen irgendwie vielleicht rohle podcaster oder so via usb und dann kopfhörer kaufen glaube ich weil alles andere ist schwierig das wird halt immer sofort mit einer komponente ist das ganze budget dann weg du kannst ja jetzt ein jamaha mixer kaufen ich glaube da bist du auch schon bei 80 90 locker ja der kleine weiße zwei kanal der ag 03 ich glaube ich gucke mal kurz nach aber ich meine er kostet auch über 100 der ag 03 kostet 120 ja gut dann hast du 30 euro für mikrofon also selbst das wird dann könntest du ein scarlet interface kaufen für 40 dann bleiben 110 euro übrig was machst du nur 110 euro kannst du vielleicht so ein bayer dynamics headset kaufen oder so ein sennheiser ding aber sennheiser hat dann keine xlr anbindung also 150 euro würde ich echt sagen kauft ihr eine ordentliche headset ich glaube damit ist hier am meisten geholfen das ist krass na hauptsache damit wollte ich euch herausfordern und nix kommt dabei rum naja was willst du von naja was willst du aus ich meine wir können auch nicht zaubern wir machen die preise nicht ich meine wenn du mir überlegst mikrofone podcast stage zum beispiel bei youtube der testet ja wirklich alles was was ihm vor die vor die flinte läuft so es gibt natürlich mikrofone die die 100 oder knapp unter 100 euro kosten und die auch bis ihre daseinsberechtigung haben die gehen so aber dann bleibt ja nicht mehr viel übrig sagen wir mal du kaufst dir sagen wir mal du machst in der mitte ungefähr ein cut sagen wir mal du kauf du gibst jetzt nicht 150 aus 160 bezahlst für beides 80 euro ja das ist dann schon echt überschaubar was es alles gibt und das problem ist also ich kann da nicht mitreden weil ich diese geräte nicht probiert ausprobiert habe das wäre jetzt irgendwie sehr vermessen einfach nur in bei ganzheit reinzugehen und zu sagen so ich gucke mal im kurz ja das ist ein guter mischer der kostet 80 euro den nehmen wir halt einfach ich kenne den halt nicht also bei einem bei einem mikro oder anders gesagt bei einem bei einem mischer bei einem mixer ist es halt blöd wenn man so geräte gar nicht kennt dann einfach blind die zu nehmen zu kaufen und die zu empfehlen weil du nicht weiß wie stark kannst du die überhaupt verstärken wie stark rauscht das ding jetzt mal unabhängig davon ob dein mikro schon rauscht oder nicht rauscht und dann hast du noch nicht mal ein kabel und du kaufst ja dann wahrscheinlich auch kein 6,95 euro kabel so oder also wie gesagt kannst du rode podcaster kannst du kaufen via usb und dann ein bisschen mit software rumfummeln und äh kopfhörer das war es ansonsten äh ja ansonsten wie gesagt normales headset kaufen ich glaube damit bist du echt am besten aufgestellt für 150 euro von der qualität her wenn es jetzt nicht um das wenn es jetzt nicht um das headset allgemein geht also den sound of no one sondern nur mikro die richtung dann ich meine klar dass das elgato wave wave 1 wave 3 wobei der unterschied zwischen dem 1 und 3 ist eigentlich nicht wirklich da kannst du auch das 1 sein direkt nehmen ist aber ein usb mikrofon das podcaster dann aber auch ja da hört es auf beringer würde ich nicht kaufen also die ganzen anderen low budget sachen würde ich nicht in der hand nehmen aber ag03 und dann hört es auf also wird mir nichts in den sinn kommen alles andere würde ich eher mehr ärgern als die das was positives bringen ehrlich gesagt es gibt es gibt einige streamer die die auch so 50 euro mikros haben benutzen so ein samson meteorit oder irgend so ein kram oder so oder keine ahnung eine aktion mal für 60 euro irgend so ein günstiges usb teil geschossen und super zufrieden weil man hat sich an den klang gewöhnt oder oder es klingt halt einfach gut bei der entsprechenden stimme so gerade gerade mikro ist echt schwierig so das beste was du machen könntest ist halt den laden gehen wie musik aktiv oder so oder auch zu thomann wenn man in der ecke wohnt und sachen ausprobieren also die haben halt die räumlichkeiten dafür um sachen zu testen damit man weiß wie das halt klingt haben auch schon mal darüber gesprochen aber 150 euro ist halt echt knapp da wüsste ich aber selbst selbst wenn du dir ein usb mikrofon hast wirst du am ende feststellen dass du alle nebengeräusche drin hast und dann fängt es nämlich an dass ein mikrofon kacke ist also selbst ein rode podcaster ist eigentlich und das meine ich auch so ein scheiß mikrofon weil also scheiß mikrofon weil du musst danach noch was machen an dem ding also ein mikrofon alleine ist kein allein stellungsmerkmal und gleich gut weil wenn dein mikrofon über deiner tastatur hängt und du tack hast die ganze zeit da rein und das geht ständig an ist es kacke wenn du es wenn du einen podcaster zum beispiel nicht direkt vom mund haben willst klingt es eigentlich auch nicht wirklich gut also am ende des tages bist du mit 150 euro kommst du echt nirgendwo mehr hin heutzutage also nicht mit keinem geheimtipp also wenn du sag ich mal einen relativ ich sag mal für die heutige zeit normalen standard erreichen möchtest wirst du mit 150 euro nicht weit kommen was musste denn ausgeben jetzt mal grob gesagt wenn du jetzt nicht gerade so ein soundcraft modul holst also ich würde schon sagen dass du 300 latschen musst du schon hinlegen dann hast du dann hast du zwar immer noch kein mischpult aber du hast zumindest ein dbx davor und hast dann kannst du mit dem dbx zumindest noch eine menge aus dem mikrofon rausholen so dbx kostet 100 glaube ich 56 dann machst du ein ag machst du noch rein und dann bist schon fast bei 300 ja dann kannst du dir oder sagen du machst den ag raus dann nimmst du ein kleines focus ride das kommt glaube ich ein fuffi oder so und dann kannst du den rest des budgets im mikrofon reinzimmern oder kannst du denn weiß ich rode pro caster glaube ich heißt das denn die xlr variante also 300 öckenbüschung ich würde ehrlich gesagt heutzutage wenn ich ein upgrade das ding ist halt ich fahre mittlerweile folgende upgrade politik also entweder greatest du richtig ab oder du greatest gar nicht ab so und bei einem richtigen upgrade bei einem richtigen upgrade ist es halt so dann solltest du dir schon dbx davor klein also der dbx ist ein kompressor der heißt dbx 286s das ist so ein gerät was seit vielen vielen jahren bei sehr vielen streamer mit drin ist dass der hat der hat das ist ein kompressor der hast du aber kein eq du hast auch keinen limiter aber dafür hast du ein deesser mit an bord du hast du hast du hast du hast keine eq du hast anscheinend limiter drin ich schaue gerade da drauf habe ich kann es gar nicht lesen und das ist das deesser und du hast ein sehr hast verhältnismäßig gute amps drin das heißt dass man dass man auch ein bisschen gain reinballern kann ohne dass das sofort anfängt zu rauschen so es ist halt im prinzip benutzt man das dann als vor verstärker schrägstrich kompressor genau so mit dabei das ganz cool und das schöne ist bei dem 286s dass der also der dbx dass der im vergleich zu anderen professionelleren geräten ist der noch günstig günstig ja nach oben gibt es da gibt es da geräte da schlack hast du mit den ohren das wird halt sofort vierstellig und der ist nicht umsonst bei so vielen streamern so beliebt und doch eingestellt obwohl der ein oder andere den sicherlich auch eigentlich nur als vor verstärker benutzt und gar nicht richtig eingestellt hat so also was man manchmal da hört ist schon ein bisschen schwierig aber es ist nicht es ist nicht schwer das ist keine keine große kein großes geheimnis ich habe ich habe wenn ich es geschafft habe dann kriegen 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 das die leute auch hin gibt ja genug tutorials dafür ja ja wie gesagt also ich würde 150 euro das ding ist halt immer menschen ich habe das also ich sage das auch nur weil ich schon alles ausprobiert habe so also ich bin diese route schon gegangen für für euch also jetzt jetzt kommen natürlich wieder die alibaba express einkäufer mit ihren zwei euro 50 hdmi dongles und sagen das geht auch und dies das ananas ich habe mir auch schon den t-bone 450 gekauft für 80 euro und dachte mir so boah was das denn für ein geiler shit so ist ein haufen kacke ich habe mir auch ein rode mikrofon gekauft und musste feststellen dass das für stream einfach scheiße ist weil es ein gesangsmikrofon gesangsmikrofon ist ich habe mir ein behringer mischer gekauft für 180 ist auch ein haufen scheiße raus wird weiß ich nicht raus mehr als die ostsee an stürmischen tagen ich hatte schon kleine jamaha mischpulte ich hatte alien weiß nicht wie war das mal wie heißen die irgendwas mit alien hatte ich auch alles schon da am ende des tages kannst du das alles machen aber du wirst den komfort nicht haben dass du irgendwas upgrade ist weil du dir nämlich nur ein neues problem mit rein holt und serbius gilt halt so die leute die sich ihre usb mikrofone kaufen also bei mir ist ein lüfter an gerade der pustet mir voll in die fresse davon hörst du gar nichts nichts so und sitzt du hier und machst den scheiß aus klingt das einfach als wenn du in einem flugkanal drinnen sitzt so und da denken menschen halt nicht dran und dann kommen sie immer auf wunder was für schnappsideen was sie sich da gekauft haben in irgend so einem angebot geschossen und eigentlich ist es ein haufen scheiße und dann sitzen die zu hause so viele streamer werde ich mit euch werde ich meinen arsch drauf die sitzen zu hause packen ihre neue hardware aus stecken das an und denken sich so bohr klingt das scheiße das ist ja ein richtiger kackkauf gewesen und dann sitzt sie da und doktoren und machen und tun und am ende bleibt immer noch scheiße es bleibt einfach scheiße so und für 150 euro ist halt ich saß für 150 euro findest du fast nichts akzeptables da kannst du dir ohne scheiß für 150 euro kauft den hs 50 sorry werbung wegen corsair kauft den hs 50 für 60 euro und den rest kannst du sparen für das nächste upgrade weil das das hs 50 kannst du auch durch software durchleiern kannst du viele dinge rausholen und den rest sparst du dir und dann sparst du auf ein nächstes upgrade auf ein richtiges dann in meinem chat steht noch dass das go excel mini und auch go excel allgemein die sie hat da hat er die meinung dazu und da schließe ich mich auch an dass go excel er ist sicherlich ein super interessantes gerät aber es wird die frage ist wie lange das halt noch unterstützt wird also wie wie also die leute die daran gearbeitet haben haben diese firma verlassen und wie sieht es wie sie wie zukunftssicher ist das gerät was passiert wenn wenn go excel irgendwann mit ihrer server abstellt kann man das dann noch weiter benutzen gibt es da noch irgendwelche updates was was ist mit windows elf wie wie also das ist ein tolles teil und das macht auch eine menge sachen richtig gut aber es ist halt du bist halt dummerweise nach oben hin sehr abhängig und das hast du bei einer reinen bei einer reinen audio chain also bei etwas was eben nicht komplett ans internet am internet klingt und ich weiß nicht wie sehr das bei go excel ist um ehrlich zu sein hast du das halt gar nicht wenn du den dbx halt irgendwie kaufst da geht das signal rein du hast analoge regler oder wie auch immer man das jetzt sagen soll ein paar bodys damit bei und dann vollgas gut ist also auch da ist das so ich glaube für den normalen orthonormal nutzer ist ein go excel er einfach eine prima lösung ist es wirklich so du hast ich wie teuer ist das 300 glaube ich ist schon ein reiner ist ein reiner plastikbomber so feiere ich nicht so hart muss ich ganz ehrlich sagen aber tut was es soll du hast schöne software dazu du kannst da echt viel rum dingeln und rum tüdeln so ich habe es nicht langzeit getestet also ich weiß nicht genau wieder die die hardware oder software funktioniert ob es da große probleme gibt aber wie gesagt die wie alix schon sagte die entwickler sind da raus und ja dann noch würde ich jetzt also ich wenn wenn ich jetzt noch mal da werde wäre kurz vor windows 11 ich würde es nicht mehr kaufen aber das bin auch ich was was bei dem go excel er ganz gerne so vergessen wird es hat es hat halt standardmäßig ein xlr eingang und das trägt das wort xlr im namen das ist am anfang völlig ausreichend weil du hast halt ein mikrofon und dann hast du irgendwann ein zweites mikrofon für einen gast oder vielleicht für eine funkstrecke oder was auch immer und dann denkst du dir wie kriege ich denn das jetzt eigentlich angeschlossen und dann musst du halt dir go excel er mini dazukaufen das hängt man dann per usb mit dran damit man es überhaupt also angeschlossen und da schließt das finde ich jetzt keine praktikable lösung das finde ich nicht gut so und beim go excel er habe ich das am anfang mitbekommen als das ding relativ also als das so im auffind war da hatte einer aus meiner bubble gab es ein software upgrade oder irgendwie sowas und irgendwie waren die server nicht erreichbar und der streamer konnte dann hat sein audio nicht eingeschaltet bekommen also es ging halt einfach nicht so das ging dann aber mit einem kleinen workaround man konnte das so umgehen aber das kannte er dann halt in dem moment nicht so das ist jetzt kein grund dagegen und so weiter aber also ja mal gucken was da die nächsten jahre noch rauskommt ich glaube es haben immer mehr firmen halt streaming und streamer allgemein so auf dem auf dem zettel und ich denke da passiert die nächsten jahre noch mal ein bisschen mehr und das ist jetzt auch kein kein hass gegenüber go excel er ne ich finde das produkt auch super interessant aber du bezahlst halt für jede einzelne komponente die da drin ist ne den sampler des mischpult den die kompletten software pakete die drin hast das audio interface alles so was schon ist schon ist schon witzig ist schon gut und keine frage alles in einer hand zu haben top keine frage aber also ich würde es mir auch nicht kaufen nicht nur ich habe erst überlegt form vor das war vor an der tabern vor der corona pandemie habe es aber nicht gemacht ich habe überlegt ob ich mir das für dahinten aus schitz und gegels mal kaufe um das aus um das wirklich mal zu probieren aber ganz ehrlich ist es daran gescheitert dass ich keinen bock hatte von da hinten ein kabel in mein links zu ziehen hier rüber hatte ich keinen bock drauf daran ist es gescheitert bei ausprobieren glaube ich würde ich auch aber für mich ist das halt also das wäre das wäre jetzt um noch mal auf die andere frage zurückzukommen habt ihr zu viel hardware das wäre auf jeden fall over the top also das wäre wirklich das wäre wirklich nur um es auszuprobieren also wenn mir das eine firma zu schicken so würde ich verbauen und würde ich testen also ich habe auch schon paar andere sachen immer mal zwischendurch geschaltet aber so extra kaufen nur dafür ist es halt an an für mich selber machst du nicht so aber es ist definitiv so goxlr wäre wäre auf jeden fall eine maßnahme ja das ist auch eine gute option aber dann bist du halt auch wieder ein bisschen mehr budget los wie gesagt 150 euro wie gesagt ich würde mir ein headset kaufen das durch eine software durchlaufen lassen da noch ein bisschen was rausholen und dann abfahrt feierabend den rest weglegen und sparen ich glaube die die upgrade mentalität die die upgrade mentalität muss langsam mal bei menschen ankommen dass sie auch wirklich mal upgrades machen und nicht nur tünnig kaufen bei streamern aber aber es hat rgb ist leuchtet ist ja ist alles tippitoppi aber wenn wenn man also wenn man sich eine upgrade kaufen möchte sollte man auch upgraden und nicht downgraden im chat steht mit voicemeter bearbeiten also ich habe mit voicemeter keine guten erfahrungen gemacht das ist nichts für ein dauerbetrieb das ist das ist das ist das ist das ist beim 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 spurentrennen damit man den gameplay sound nicht auf der aufnahme hat oder dass man sein voice chat noch einzeln hatte so als einzelne spur das ist das das fängt an zu rauschen dass das ist abgestürzt das hat probleme hoch zehn und bei anderen leuten lief das ein bisschen besser aber das ist keine das ist das ist das ist das ist das ist aber das ist keine gute lösung mit der man auf lange sicht arbeiten kann also leider nicht ich habe was ja dann hau rein aus dem chat welche hardware wäre jetzt aktuell ein traum für euch für eure streams ich glaub da ist nicht mehr viel duft da also ich muss wirklich wenn ich auf die frage antworten sollte, ich bin halt einfach eine verwöhnte Göre, ich habe alles hier so. Also ich habe zwei 6800 XT, 5950 X, 5900 X Grafikkarten, also Speicher ohne Ende. Also ich sage mal so, ich bin sehr verwöhnt aufgrund der Tatsache, dass ich sehr nette Sponsoren habe und dementsprechend ist da nicht mehr viel Luft nach oben. Das Einzige, bin ich wirklich ehrlich und da habe ich gestern kurz für eine Sekunde überlegt, das Einzige, was ich nochmal machen würde, ist mein Streaming-PC nochmal upgraden in die heutige Zeit für 4K und da würde ich jetzt, also wirklich Stand jetzt, einen 3960 X reinhauen, also einen Ripper. Und was kostet der? 1600 und das Brett kostet 500 Scheine. Das ist das Einzige, was ich noch machen würde, weil mir ist nämlich gestern aufgefallen, dass ich einen 5950 3950 X in meinen Streaming-PC nicht reinhämmern kann, weil der nicht genug PC-Eye-Lanes hat. Und das ist richtig scheiße, Alex. Ich habe nämlich, das Ding ist ja, also für dich auch, mein Streaming-PC muckt irgendwie rum. Ich weiß noch nicht, was das ist. Ich habe mir jetzt ein neues Netzteil gekauft, ich habe mir einen neuen Kühler gekauft und ich versuche jetzt erstmal so, die Dinge drumrum neu zu machen, bevor ich mir einen neuen kaufe. Und da habe ich gestern überlegt, ach scheiße, Alter, kannst du ja gleich einen 5950 X hinterher schieben, Brett holt sie auch noch dazu, den Rest hast du ja alles. Und dann schrieb jemand in den Chat, Dizzy, weißt du eigentlich, dass das Ding nur 24 PCI-Lanes hat? Und dann saß ich da, äh, nee, scheiße, ja, das geht leider nicht. Der hat nur 24 PCI-Lanes und mit drei Capture-Karten, einer Soundkarte drin, zwei NBMEs und der Grafikkarte sind 24 bisschen dünne. Wie viel bräuchtest du? Minimum? 28 nehme ich an. Ich brauche, das ist so ungefähr 28, ja. Mhm. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall einen Gerolsteiner Wasserspender, ja, das sehe ich auf jeden Fall. Da muss dann so ein großes Gerolsteiner fast drauf sitzen, weißt du? So ein Sprudler. Ähm, also, was so meine Traum-Hardware wäre zum Streamen, das weiß ich gar nicht, aber wenn ich, mal angenommen, ich würde, also jetzt mal angenommen, ich hätte einen, einen, einen unbegrenzten Hardware-Sponsor, bei dem ich ins Lager gehen könnte und ich könnte da, könnte da tagelang drin rumbassen und das wäre mir völlig jetzt scheißegal, was, ob ich den Betrieb störe oder, ne, also die, die sind, die sind nur für mich dann da in dem Moment, ne? Ich glaube, dann bräuchte ich auf jeden Fall noch einen, also, boah, das würde mir auf jeden Fall noch anfangen mit einer USV, das, also ich brauche nicht mehr Monitore, aber wenn das, wenn die Frage ist, unbegrenzt und kein Problem, dann hätte ich, glaube ich, hier vorne, vor mir noch so ein 75 Zoll Fernseher an der Wand irgendwie hängen, denke ich. Ich bin gerade am überlegen, ob ich meinen Fernseher, weil ich den in der Stube nicht mehr benutze, hierher hole und an die Wandrandonner halte, überlege ich gerade. Ja, also sowas in der Richtung, keine Ahnung, also ich bin hier schon insgesamt mit allen Sachen sehr zufrieden, also wirklich sehr zufrieden, aber wenn es darum geht, das unlimitiert zu machen, ich meine, in meinem Game-PC ist der 5950X drin, das ist halt schon zu viel und die 3090 als Grafikkarte, also das brauche ich eigentlich nicht, aber, ne, und das ist okay. Mein Stream-PC wiederum, ich habe ja die Last-Tests damit gemacht, einen im Stream und zwei, drei Sachen nochmal off-Stream, das funktioniert alles genauso, wie es soll, also das ist tippitoppi, aber ich habe auch nicht die Zielsetzung, dass mein Stream-PC quasi so eine Übermaschine ist, wie das in deinem Fall jetzt ist mit den ganzen Capture-Cards und so weiter, das will ich gar nicht, da geht es gar nicht hin, aber wenn das unlimitiert, also wenn es um die Kuh geht, dann count me in, dann so eine schöne Threat-Trapper-Maschine, die alles frisst mit mehreren Capture-Cards und dann nochmal ein bisschen mit NDI und ein bisschen Studiotechnik rumspielen, ja, da bin ich dann schon dabei. Aber das ist auch nur Spielerei, das ist nichts, wo ich hin möchte. Das wäre nur, fahr mal ins Lager und hol dir raus, was du willst, mach mal ruhig, ne? Also, das wäre so. Wenn es wirklich danach geht, dann würde ich erst mal alle Kameras austauschen, wo noch nicht Sony dran steht. Alle. Alle. Alle weg. dann nur noch, also, aber dann würde ich auch, ganz ehrlich, dann würde ich auch sagen, alles klar, wir gehen jetzt rein mit Sony A7 III. Aber überall. Also, hier, da, 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 in der Küche. Also, wenn es danach geht, auch da, also, ich sag mal, so eine Liste von 20 Scheine kriege ich bestimmt noch zusammen. Ich fällt, boah, mir fällt gerade was völlig an, das ist total Abgehobenes ein, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Shooter spielst du am besten im E-Sport-Bereich so auf 24-Zoll-Monitoren, ne? Ja. Ich hätte dann, ich hätte auf jeden Fall mehrere Game-PCs. 100 Pro. 100 Pro. Ich hätte einen nur für Shooter. Ja, heute spielen wir ein bisschen Apex, da gehen wir mal an die 24-Zoll-360-Hertz-Geschichte, ne? Gibt's ja, ist ja der Asus-Monitor zum Beispiel ganz gut da, Da kannst du nur 1080p, aber da ballern wir mal eben so 360 Hertz drauf, so. Und, ähm, für so Sachen wie Tarkov oder irgendwas weiteres, da brauchst du halt 1440p. Ich brauche gar nicht 4K in dem Abhol. Natürlich. Du hast es doch dann. Ja, haben wir ja dann, ne? Ja, klar. So die Richtung. Da hätte man auf jeden Fall unterschiedliche Stages und vielleicht macht es dann auch Sinn für manche Sachen auch unterschiedliche Mikros zu haben, so wie du das machst oder wie Egei das macht, dass er mal mit seinem, mit dem, mit dem Headset, ähm, zockt und bei anderen Situationen hat man halt wieder das große Studium-Mic dann halt vor der Nase, ne? Einfach in der Lust und Laune. Das kann ich schon verstehen. So was ist die Richtung. Aber das würde erstens sehr viel Platz wegnehmen, zweitens total dekadent sein. Ja, warte, wir rollen mal eben kurz an den Shooter-PC. Also jetzt mal ohne Witz, ne? Letztes Jahr hab ich darüber nachgedacht. Ich hab das ja letztes Jahr mit dem Rick hab ich das ja geplant. Mhm. Und, ähm, ich hab mich wirklich schon ziemlich doof gefühlt, als ich den dritten Computer, der dann ins Büro ziehen wollte. Okay? Also wirklich. Und Chat so, der sieht, sag mal, geht's noch? Also ist noch alles okay bei dir? Ich so, ja, warum denn? Und, äh, mittlerweile ist es eigentlich schon so ein Flex-Flex-Satz zu sagen, Chat, warte mal kurz, ich muss mal eben schnell den Racing-PC anmachen. Sich da reinzusetzen, dasselbe Headset mit denselben Einstellungen aufzusetzen, identisch zu klingen, irgendwie an diesem Platz und dann da drüben einfach das andere zu machen. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen episch. Das ist schon ein bisschen episch und ein bisschen drüber, aber soll ich dir was sagen? Ihr, du habt halt auch diese schöne, ähm, ähm, Top-Down-Kamera, wo man dann auch das Setup so richtig schön sehen kann, ne? Also wenn man Spaß am Racen, am Sim-Racen oder auch an Spielen, die dieses Setup bevorzugen oder unterstützen oder überhaupt machbar sind, Also, wer das jetzt nicht geil findet im Sinne von, also nicht, wow, geil, da muss die Reise hingehen, aber das ist doch wohl wirklich geil. Also jetzt mal Spaß beiseite, das ist, da muss man ja auch, da muss man den Neid auch mal irgendwie außen vor lassen und das mal anerkennen. Das ist wirklich cool, keine Frage. Du meinst jetzt über den Kopf rüber gucken? Nee, ich meine, also irgendwer hupt hier gerade, ähm, ich meine jetzt hier, dass du, dass du ein Setup hast, das halt komplett auf das Racing abgestimmt ist. Ach so, ja. Ich glaube, ich glaube jeder, der, ähm, der so ein, so ein, so ein, so ein Lenkrad, ich nenne es jetzt einfach mal Lenkrad, der, ja, alles cool, komplett zu Hause hat und, äh, das immer erst anbauen muss und schraubi, schraubi da und gucken hier und sowas, der weiß ja, was das für ein Struggle ist und wie sehr das halt auch nerven kann, so, ne? Klar ist das Luxus und natürlich ist das halt auch am Ende des Tages auch ne Menge Geldverschwendung oder sowas, ne? Aber hey, es gibt Leute, die kaufen sich halt einfach für 1, irgendwas Millionen ein Haus und machen Roomtours und so weiter und du kaufst ja halt eben, du stellst ja halt eben diese, diese, diesen dritten Computer hin. Oh mein Gott, ein dritter Computer, wow. Weißt du? Aber ja, das find ich überhaupt gar nicht schlimm. Ja. Ja, mein Shooter-PC, das wird mein Shooter-PC da hinten. Nee, mach doch. Könnt ihr einfach, einfach für den Flex. Ja, aber wie, also wenn Hardware keine Rolle, also wenn Geld keine Rolle spielt, boah, wer hat das gefragt? Demon, ne? dann wird hier aber richtig rasant was losgehen. Also da können wir uns morgen im Stream hinsetzen und ich krieg dir locker ne Liste von 30, 40.000 Euro. Locker. Easy. Shooter. Also nicht so von der Rechnertechnik her, aber dann gibt's erstmal ein schönes, vom Soundcraft gibt's noch eine andere Version, die kommt von Yamaha, die kostet einfach mal zwei Scheine, die ist nochmal ein bisschen sexier. So was zum Beispiel Instant austauschen, äh, dann würde, ich glaub, das MacBook würde wegkommen und da würde dann ein richtiger Hackentosch entkommen und ein paar mehr Bildschirme. da würde er, hör auf, diese Frage dürfen wir gar nicht stellen, das geht bis zum Ende, äh, bis zum Ende dieser Folge. Ich hab schon ausgeblöht. Ja, okay, dann gehen wir mal in die nächste Reihen hier. Könnt ihr ein Stereo, kein 5.1 und Co. Headset, äh, für Gaming empfehlen? Hashtag Werbung, Haas, 50, Corsair, einfach, find ich persönlich, geilste Ding. Ist nicht super basslastig, ist nicht super heavy, so vom Sound her, aber Preis-Leistung ist das für mich einfach seit, ich glaub, vier Jahren der Banger. Ist leider Hashtag Werbung und das sag ich nicht, weil ich dafür bezahlt werde, sondern weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass das preis- leistungstechnisch einfach der Banger ist. Gibt's aber auch andere, muss ich gleich dazu sagen, hab aber nicht wirklich. Das Ding ist ja auch, dass der Klang von, von, von jeder Person irgendwie anders wahrgenommen wird und der eine findet diesen Klang gut und der andere sagt, ja, das geht bei mir gar nicht zu, da fehlt Bass, der Nächste sagt zu viel Bass, so bla ne, also das ist ja, das ist ja das Ding. Also ich muss auch sagen, ich hab überhaupt gar keine Ahnung von 5.1 und Surround-Headsets. Ich hab auch immer nur mit Stereo gearbeitet und auch dieses, dieser Kopfhörer hier kann zwar, aber ich nutze den auch nur Stereo. Also man ist auf jeden Fall, unabhängig jetzt von Werbepartnern, man ist auf jeden Fall bei den, bei den üblichen Hi-Fi-Komponenten immer gut aufgehoben, ne, Biodynamik als Beispiel. Ähm, ja, ich hab ein Turtle Beach auf dem Kopf und ich kenn auch das ein oder andere von Rocket. Ähm, an die Hi-Fi-Sachen kommen die, kommen die Gaming-Heads jetzt alle nicht dran. Ist halt so. Ist, da muss man, muss man nicht großartig drum rumreden, aber am Ende des Tages, ähm, den Klang von meinem Kopfhörer jetzt als Beispiel, den empfinde ich persönlich auch als sehr angenehm und sehr gut und ich werd das auch weiter benutzen, wenn ich jetzt das ganze Ding mit Kabel benutze und deshalb kann ich ja keine USB-Kopfhörer benutzen, ne. Ich guck mir auch immer super gerne so Vergleichsvideos von neuen Kopfhörern und Headsets an, wie, was die Hersteller sich da wieder einfallen haben lassen und gerade bei den Wireless-Kopfhörern geht's ja immer mehr in Richtung längere Akkulaufzeit und dies und ein bisschen fancy RGB und, ähm, es gibt eigentlich nicht wirklich viele mit guten Mikrofonen. Kannst du wahrscheinlich mit drei Fingern abzählen. Ja. Ja. Das ist wirklich gut. Was war das jetzt? Das ist HS80. Ja. Äh, Check Werbung, sorry. Aber ich sag trotzdem, wenn Produkte kacke sind. Trotzdem. Ja, das sowieso. Wenn mir was nicht gefällt, dann sag ich das. Ja. Ich hab hier, äh, ich hab hier ein, 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 ein Mikro zugeschickt bekommen, ähm, das fand ich halt auch nicht gut. Das haben wir im Stream ein paar Stunden ausprobiert und am nächsten Tag nochmal und, äh, fand ich nicht gut. Und es war ein Werbepartner. Ja, was sollst du halt so sagen? Ich hab einem Werbepartner ein Video aufgenommen, mit was ich, wenn ich wirklich nicht gut finde daran und ich hab noch keine Antwort gekriegt bisher. Also, ist halt wie es ist, ne? Haha! I don't give a fuck! Ja, was, was heißt I don't give a fuck? Die Leute, die Leute haben ja viel zu tun und dann, ja, ich weiß, nee, ich meine, ähm, die Leute haben ja viel zu tun und haben, betreuen ja meistens dann auch nicht nur eine, einen Partner und auch vielleicht nicht nur für eine Firma dann drin. Ich kann das schon verstehen, wieso man dann keine Zeit hat, sich so ein, von so einem Vogel sich so ein 15 Minuten ein Video anzuhören, das schon anfängt mit so, okay, pass mal auf. Da bist du ja dann schon automatisch so, ja, das mach ich mal irgendwann, wenn ich auf Toilette sitze, ne? So die Richtung. Nicht böse gemeint. Ist auch alles gut. Nee, nächste Frage von dir? Nächste Frage von mir, okay, äh, wenn Geld, Verfügbarkeit und Zeit keine Rolle spielen würden, welche Hardware würdet ihr uns für Streamen hernehmen? Das ist zugegeben relativ dicht an der Sache vom Demon gerade dran, aber ich, wir lassen es trotzdem eben kurz eingeblendet. Ähm, egal ob moderne oder alte Hardware. Also, wie, du hast es vorhin schon gesagt, du wärst bei einem Threadrapper als, ähm, als, ähm, Streaming-Hardware. Das Ganze ändert sich sowieso wahrscheinlich nochmal mit der Verfügbarkeit vom AV1-Codec. Also, wir können jetzt nicht in die Zukunft gucken, was, was da sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, aber das Encoden von AV1 ist aktuell nach meinem jetzigen Wissensstand immer noch ähm, problematisch, weil noch nichts optimiert ist und noch nichts irgendwie, ähm, gut funktioniert. Decoder gibt's schon, die sind schon auf den neuesten Grafikkarten drauf. Deshalb können wir AV1 schon ganz gut angucken, aber, aber Encoden, also sprich, solche Videostreams zu erstellen, wird halt ein bisschen schwierig. Wenn ich jetzt in die Zukunft gucken könnte und beispielsweise, ähm, so ein, man könnte sowas ähnliches wie, wie X264 nehmen, nur halt eben, das heißt, nennt sich dann halt keiner einen XAV1 und läuft über die, über den CPU und man bräuchte jetzt eine spezielle CPU dafür und der, der Threadrooper ist aus welchen Gründen noch immer nicht so gut dafür geeignet, aber ein anderer dann schon, dann wäre der das. Na, aber, ähm, da ja sowieso nur mit Wasser gekocht wird und, ähm, immer in Zukunft. Ja, das macht halt keinen Sinn. Also, die Kurzform nach von Laud ist eigentlich ganz einfach. Wenn, wenn, wenn es eine Single-PC-Lösung wäre, bin, bin ich ganz klar bei, bei Nvidia mit, ähm, mit, mit Encoden über, über den Envy-Enc-Codec, wenn es, wenn es um dann, wenn es über, über den PC geht, also wenn es unbedingt über die, ähm, CPU gerendert werden soll, ähm, weil das Bild auch ein bisschen besser aussehen kann dabei, in den Nuancen, dann, äh, wäre man halt bei einer Vielkern-CPU wahrscheinlich von AMD in meinem Fall, wahrscheinlich der 5950X, dann kann man noch eine Software laufen lassen, ich habe den Namen aber vergessen, ähm, bei dem man, äh, standardmäßig die, ähm, Kerne ein, äh, zuweisen kann, ähm, damit man das nicht jedes Mal wieder neu machen muss, weil Windows diese Einstellung ja nicht speichert, ähm, damit man halt sagen kann, hier, die, diese Kerne, die machen nur OBS und die anderen Kerne, die kannst du frei für, für Spiele halt benutzen, ähm, naja, aber da, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gequatscht, nahm. Ich, ich habe eine super einfache Antwort, Ausrufezeichen, Setup, dasselbe Setup noch mal, dasselbe noch mal, also, nur, dass die, die Ripper-Version eine höhere wäre mittlerweile. Okay. Ja, das, ich, also, ich kann nicht, das geht nicht, kann kein anderes mehr, das geht nicht mehr. Ja. Hm. Hm, hm, hm. Geld, Verfügbarkeit und Zeit keine Rolle spielen. Welche Hardware würde man für Streamen hernehmen? Ah, ich weiß nicht, ey. Fred Ripper. Ich habe jetzt, ich habe jetzt diese Single-Lösung so lange jetzt gehabt, ne, schon seit vielen Monaten und ich komme damit super klar, deshalb lasse ich mir auch so lange Zeit mit dem Umbau, weil es einfach jetzt nicht, nicht von heute auf morgen gemacht werden muss und, äh, und, äh, ich habe schon wieder ein bisschen, beim Testen habe ich schon wieder so ein bisschen gekotzt, weil, wegen dem Monitor-Dopplizieren, ja. Ach, das mag ich wirklich nicht so gerne, das auf die Capture Card auszugeben, aber egal. Warum? Weil man beim Raustappen halt wieder hier so, so, so ein, so ein Freeze halt irgendwie hat, ne, das hat man dann auch im Stream bei mir gesehen, weil ich ja dann über den gleichen PC gespielt und gestreamt habe. Aber bei Tacom, ne? Egal bei welchem Spiel, bei Fullscreen-Anwendung allgemein, wenn du das Monitor-Signal... Ach so, okay, ja. Ja, ja, ja. Dann ist das Raustappen halt einfach nicht, nicht, no fun, aber das spielt auch keine Rolle, weil wenn du einen zweiten PC dran hast, ähm, mit dem, dann kannst du damit ja eben die Sachen machen, die du außerhalb dieses PCs machen willst, also... Ja, eben. Na? You don't care. Das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Okay, Chat, ihr könnt gerne noch, äh, ihr könnt, also ich habe noch zwei, drei Sachen, aber ihr könnt gerne noch, äh, ne? Wir haben auch gar nicht über Essen gesprochen, das finde ich sehr schade eigentlich. Ich finde... Nein, Eichhörnchen esse ich nicht. Ich finde den Zeitaspekt, finde ich witzig. Da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht, weil das dauert wirklich lange. Also, jetzt über, jetzt überleg mal, Alex, wir gehen, wir, lass uns mal sechs Jahre zurückgehen, wenn Zeit keine Rolle spielen würde. Wie viel Zeit wir investiert haben für den aktuellen Stand. Überleg, also überleg mal wirklich, wie viel Zeit, Nerven, Schweiß und alles du da reingepumpt hast. Also, wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, finde ich das sehr schön, dass Zeit mit aufgezählt wurde. Weil, Maga, hab ich Nächte durchgeknallt, um Fehler zu beheben oder Sachen zu suchen und einzustellen und oh. Also, wenn ich dafür Geld gekriegt hätte, extra Geld, dann hätte ich wahrscheinlich in der ganzen Streaming-Karriere doppelt so viel Geld verdienen. Kein Scheiß. Oh. Also, heute nicht mehr, glücklicherweise, heute ist hier ziki-zaki, ziki-zaki, ziki-zaki und fertig, aber früher, boah, das hat so viel Zeit gefressen. Also, hätte ich mir früher freigenommen, also so wie heute, wenn ich sage, ey, Leute, sorry, ich habe echt eine Hütte voll zu tun, ich mache frei, das wäre ein Leben gewesen, wenn ich wahrscheinlich vier Tage lieber frei war. Also, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man ein paar Jahre zurückdenkt, ähm, du hattest in der Regel einen PC und hast dann einfach über, meistens OBS oder X-Split oder was auch immer halt irgendwie gestreamt, hast das über die X264 gemacht, weil es über die Grafikkarte noch in den Kinderschuhen steckte, wenn es das überhaupt schon gab, ähm, hast du auf Ultrafase gestreamt, 720p, ich erinnere mich dann noch, dass ich mal irgendwann vor Urzeiten, als ich selber auf Hitbox gestreamt habe, mal bei einem gewissen Herrn S.I, also S.T.I, also bei Stay im Channel, äh, da, äh, mal irgendwie, da wurde so ein bisschen über Hardware-Philosophie, so ein bisschen gequatscht und da habe ich, habe ich so gefragt, so zu sagen, du hast doch einen dicken PC, also für damalige Verhältnisse, warum, warum lässt du den Stream nur bei 720p laufen und dann habe ich eine Antwort gekriegt, ähm, so in die Richtung, naja, das ist halt hier aktuell der Standard, ne, also es macht keinen Sinn, auf 1080p hochzugehen, weil man viele Leute damit abschneiden würde, die könnten dann nur noch über Transcoding zugucken und das geht nur bei Partnern. Wahrscheinlich nicht. Na, so, 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 diese, so, diese Richtung. Und wenn du dir mal überlegst, ähm, wie viel Struggle das vor noch nicht allzu wenigen Jahren gewesen ist, überhaupt einen ordentlichen Stream ans Laufen zu kriegen, ähm, ist heute übrigens auch noch, wenn ich die Twitch-Lehrenschaft mir anschaue. Ja. Entschuldigung, Shots fire up. Also ich halte meinen Stream jetzt nicht für technisch perfekt, das ist völlig okay und, also da hast du, da legst du einen anderen Qualitätsstandard für dich vor und das ist auch gut so, na, ähm, aber, wenn man sich mal überlegt, wie viel, wie viel, ähm, wie viel Ideen und ausprobieren und testen und machen und nachkaufen und Scheiße finden und nochmal nachkaufen und wieder Scheiße finden und sich selber Gedanken und ausprobieren und dann geht irgendwas nicht und dann war's das falsche Kabel und dann brummt's nicht mehr. Also da ist schon echt ne Menge Zeit reingeflossen. Da ist wirklich ne, und auch so, und auch so Sachen, über die man auch einfach nie nachgedacht hat, so, ja, dann kauf ich mir ein Mikro. Nee, du kaufst dir nicht einfach ein Mikro. Nee, nicht einfach so, nee. Ich hab hier ein Audio-Technica-Mikro, das ist halt, äh, das ist ein Kondenser-Mic, das ist sozusagen kein dynamisches, das nimmt halt auch wirklich viel auf und wenn ich da den Gain runterdrehe und nah reinspreche, klingt das auch wirklich sexy, ähm, aber wenn, ich hab, ich hab mir hier Bassfallen für die Ecken und für oben die Ecken und alles vollgemacht am Anfang, als ich hier das erste Mal gesessen hab und hier eingezogen bin, ähm, nur um das noch möglichst zu dämmen, weil man, weil man halt, ich hab mir halt auch immer eingebildet, dass man immer noch einen Hall hört und das wollte ich alles noch mehr wegkriegen, so, ne, auf der Aufnahme und in dem Stream, so. Du kannst, du kannst, du kannst in Licht viel Zeit investieren, in, in, in das Bild, also von der Kamera jetzt beispielsweise, in dein encodetes Bild, in deinen Ton, in, 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 in Entlastung des Systems, dann ging's ja früher darum, dass du, dass du halt die Last, die durch das Stream entsteht, weil man ja nicht über die Grafiker denn encodet hat, ähm, die wolltest du auf dem zweiten PC ausweichen, beziehungsweise darüber laufen lassen und das bot dir dann die Möglichkeit, oh, du musst dein Game-PC mal eben kurz neu starten, kein Problem, oder, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mal meine Gigabit-Leitung, Glasfaser, über Steam oder Origin den Download nicht limitiere, dann leckt der Stream, aber nicht, weil, weil ich zu wenig Band Bandbreite habe, sondern, weil meine Hardware, die wirklich stark ist, sich dann trotzdem verschluckt oder, ähm, halt einfach das priorisiert und, ähm, das ist dann wichtiger als der Stream und auf einmal gibt's Lags im Stream. Ne? Limitiere ich das, hab ich das nicht, hab ich das aber auf dem zweiten PC ausgelagert, also sprich, mein Stream-PC streamt die ganzen Scheiß und mein, mein PC macht, was er will, so, dann ist das scheißegal, denn da laufen, äh, 950 MB Downstream, kein Problem, überhaupt kein Thema. schon krass. Ja, oder auch Magenta Hybrid, meine Fresse, Magenta Hybrid, das war pain in the ass, ab und es war das falsche Produkt natürlich, aber es ging nicht anders. Ich mein, das, das letztendliche, was ich daraus gemacht hab, war zwei Router. Der eine Router hängt einfach nur an dem Festnetzanschluss, DSL-Anschluss, VDSL-Anschluss, 25 MB Downstream oder 22 kam an, Upstream waren dann irgendwie so 2, irgendwas. Darüber hab ich gespielt und über Magenta Hybrid, also die LTE-Technik, die da dran hing, also sprich, den Speedport-Router, äh, der hing, da hing dann nur mein Stream-PC dran, alles im gleichen Netzwerk natürlich, andere Gateways eingestellt, so, dass die sich nicht in die Quere gekommen sind und der Stream-PC hat dann darüber quasi gestreamt. Das war toll, also vom technischen Aspekt her, ne, dass die Telekom das nicht so gut fand und der Router sich ab und zu mal ausgeklingt hat, das war ein anderes Thema, aber das war schon cool. Ja. Ja. Log, Type, go! Wollen wir nochmal hier nächste Frage? Ja, bitte. Die ist ein bisschen, äh, ich habe drei Monitore am PC und, äh, zwei an einem SIM-Rig. Gibt es eine Möglichkeit, das Bild vom PC-Platz auf den SIM-Rig zu übertragen, ohne, dass die Kabel an der Grafikkarte zu tauschen? Äh, ja, HDMI-Switch. Würde ich sagen. Oder ein Remote-Desktop? Nee, du willst ja nicht, das geht ja gar nicht. Dann brauchst du ja einen extra Rechner. Was? Ich habe drei Monitore am PC und zwei an meinem SIM-Rig. Ja, genau. Gibt es die Möglichkeit, das Bild vom PC-Platz auf dem SIM-Rig zu übertragen, ohne Kabel an der Grafikkarte zu tauschen? Ja, bleibt dir nur ein Switch, also drücken, dass der dann die anderen Bildschirme nimmt. Also wenn es nur darum geht, die Informationen am Haupt-PC, sagen wir mal, du hast auf einem Bildschirm dann sowas drauf wie den Chat, so wie bei dir in deiner Situation, den Chat, OBS und so weiter und du möchtest nur diese, ich sage mal, technischen Informationen, die nichts mit dem Spiel zu tun haben, noch auf einem anderen Monitor darstellen. Da habe ich mir noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht, aber es muss doch eine Möglichkeit geben, den kompletten Bildschirm irgendwie zu erfassen. Klonen? Klonen wäre eine Möglichkeit, du bist bei einer Hardware-Lösung, ich bin jetzt bei einer Software-Lösung, NDI oder sowas. Ja, dann brauchst du ja wieder einen weiteren PC. Nee. Na klar. Oder einen Raspberry Pi, aber dann hast du ja Input-Lag. Weil wenn er an seinem SIM-Rig fahren will, braucht er ja das idente Bild. Also wäre zum Beispiel Klonen eine Möglichkeit. Warte mal, ich habe zwei Monitore am PC und zwei an meinem SIM-Rig. Ja, dann bleibt ja nur noch Klonen übrig. Also, dass er quasi das, sag ich mal, Hauptbildschirm darüber klont und den anderen rechts daneben auch nochmal klont und auch auf den anderen raufhauen. Also, ich bin ehrlich gesagt wieder bei den NDI-Tools. Ganz ehrlich. Nee, das geht ja nicht, weil der müsste ja einen extra PC haben. Das hängt ja alles an deinem Computer dran. Und dann hast du ja Input-Lag. Also, sagen wir an seinen SIM-Rig, wenn er fahren will. Ach so, ich habe das, Entschuldigung, ich habe das jetzt so verstanden, es gibt einen SIM-Rig-PC, da hängen zwei Monitore dran und ich habe einen Gaming-PC oder Streaming-PC, whatever, da hängen auch drei Monitore dran. Also, insgesamt fünf an einem Computer. da bin ich raus. Ja, Klonen. Klonen, also, ich habe, das Ding ist halt, weiß ich, weil, habe ich auch schon gemacht, dann musst du deinen Hauptmonitor, worauf du fährst und der auch an deinem Dings, äh, der Hauptbildschirm ist, den musst du darüber klonen und dann suchst du dir einen von den anderen aus und dann machst du quasi aus zwei Bildschirmen, nee, aus vier Bildschirmen und dann musst du Kabel nicht mehr tauschen. Aber das wird wahrscheinlich nicht gehen, weil die Grafikkarte wird nur vier Slots haben, deswegen sagt er, wegen umstecken. So. Also, wenn du den User gerade noch im Chat hast, wäre Bonusinformation da gerade Gold wert, oder? Ja, wahrscheinlich nicht, weil, äh, die Frage wurde nicht schnell genug beantwortet, gehe ich schon aus. Äh, dann bleib ich in der zweite Grafikkarte, dann kannst du noch reindonnern. Außer du hast vielleicht eine Intel-CPU, da ist ja ein Grafikchip drauf, dann kannst du da noch einen extra anschließen. Aber ansonsten, meine Damen und Herren, äh, ich sag's ja, wie es ist, der Trend geht hin zum SimRig-PC. Den hab ich nicht umsonst. Genau deswegen. Also wirklich, genau wegen diesem Problem ist da drüben ein Computer. Weil, da hängen halt auch einfach vier Bildschirme dran und die Grafikkarte ist auch voll. Aber du kannst hier eine zweite Grafikkarte, kannst du noch reintimmern? Das kannst du machen, dann nimmst du die starke Grafikkarte, nimmst du zum Zocken, dann spiegelst du deinen Hauptmonitor darüber und dann nimmst du die andere Grafikkarte, kannst dir ja irgendeine Billo-Schmillo-Grafikkarte. 2021 in der Pandemie, Billo-Schmillo. Wenn du selbst 200 Euro für eine 10.50 TI bezahlst, fuck my life. Und dann steckst du so ein Ding drin und darauf machst du dann deine Office-Monitore und dann kannst du die auch spiegeln. Und dann hast du das Problem theoretisch gelöst. Okay, also mal angenommen, wir haben das jetzt beide richtig verstanden, es gibt nur einen PC, aber fünf Displays. Ja. Vielleicht kann man sowas wie einen Splitter benutzen. Also so Geräte, so einen Switch, an den man die Sachen gleichzeitig anschließen kann. Die sollte es ja eigentlich auch im kleineren Bereich geben, wo man jetzt nicht wie in einem Mediamarkt sofort 50 Bildschirme, nicht 20 Bildschirme dran anschließt oder so, um das gleiche Bild überall darzustellen. Habe ich mich aber auch nie wirklich mit beschäftigt. Nur dann sollte es ja möglich sein, an den einen Port an der Grafikkarte, an den man zwei Monitore mit dem selben Bild darstellen, anzuschließen. Ja. Jetzt kommt aber das Kleine, das ist mittelschwere. Aber 60 Hertz, mein Freund. Dann bist du auf 60 Hertz limitiert. Wenn das ein Monitor ist, über den man nicht spielt, wäre das kein Problem. Wenn das nur Chat, Status, dies, das, OBS ist, scheißegal. Ja, aber wenn du da drüben fahren möchtest, gehe ich davon aus, dass da 144 drauf sind und dann hört es wieder auf. Ja, gut. Und so ein Switch, glaube ich, für 144 Hertz, der geht bei 200 Euro los. gibt es mittlerweile. Ja, gut. Wir brauchen Bonusinformationen. Wir brauchen zusätzliche, äh, 60, ah, hier, guck, Let's Fats ist noch da. Äh, da ist er. Ja, dann bleibt ihr am Ende, also ich sage es so, wie es ist, äh, dann musst du, warte mal, du hast sechs Bildschirme auf vier Ports. Ich habe noch eine Frage, wie, wie schließt du diese sechs Bildschirme an? Ja, gar nicht. Er steckt ja jetzt gerade um. Er steckt ja jetzt gerade um. Er hat einen Hauptbildschirm und einen Nebenbildschirm. Und den einen Nebenbildschirm kannst du dir mit einem Billo-Switch kannst du, oder einem Billo, äh, Splitter kannst du dir kaufen für 30 Euro bei, bei einem Elektro-Fachhandel. Dann kannst du die zwei Kabel kannst du splitten und dein Hauptmonitor musst du wahrscheinlich entweder beißt den sauren Appel und kaufst dir einen teureren Splitter oder, äh, musst umstecken. Oder holst dir eine andere, also das wäre auch noch eine Option. Ich glaube, das wäre sogar noch die sinnvollste, äh, die sinnvollste, äh, Investition, sich eine, irgendwie eine Grafikkarte irgendwo zu schießen, eine zweite reinzuzimmern, wenn du PCI-Slots hast, alles, was statisch ist, auslagerst und dann einfach klonst. Weil, ein 144 Hertz Splitter habe ich, ich habe einen einzigen im Internet gefunden, der kam 199 Euro oder so und, äh, dafür kannst du dir halt auch einfach eine Grafikkarte holen, dann kannst du alle Monitor anschließen. Aber interessante Frage, ne? Passt, passt zu deinem, zu deinem Problem, Schrägstrich Rick. Ja, ich habe, ich habe wirklich sehr lange gesucht, weil ich halt immer Triple Screen fahren wollte und das ging früher einfach nicht, weil die Grafikkarte nicht dazu passte und, äh, Hashtag Sponsor Alternate hat mir halt einfach mal mit dem neuen AMD Release fast die Hälfte des Rechners da hinten stehen, habe ich gesagt, komm, Abfahrt, da kommt der dritte Rechner hin. Weil, das ist einfach ätzend, sowas. Also selbst wenn, selbst mal jetzt wirklich, wenn Menschen zu Hause sitzen und ein Triple Screen spielen wollen, dann hast du, ah, immer das 144 Hertz Limit Ding, weil sonst kannst du einfach Splitter hinlegen, aber Splitter sind für 144 Hertz einfach übel teuer. Oder, du hast nur ein Bildschirm, also hier so ein Ultra Wide Ding, aber da wird deine Grafikkarte halt, wenn alles anders auch glühen, das ist hier. Also ich sehe Menschen, ich sehe den Großteil privater Anwender zu Hause umstecken. Habe ich ja gar keinen Bock drauf. Also wenn ich jetzt vor dem Stream mich entscheiden müsste, ob ich da noch 3K, also würde ich wahnsinnig werden. also hier, ne. Aber ich bin ja auch in der luxuriösen Position, muss man ja immer dazu sagen, dass es bei mir erstmal A, Arbeitswerkzeug ist, B, mein Chat, oder mein Stream, das natürlich auch mitfinanziert, logischerweise. Also für Privatanwender ist das echt kackig. Okay. Ja. Definitiv. Okay. Ich glaube, du bist dran. Frage, schon wieder. Geld spielt keine Rolle. Haben wir noch was? Nee, aber das geht ja gar nicht. Okay. Geld spielt keine Rolle. Was wäre ein Urlaubsziel? Land, chill oder aktiv, was ihr euch mal erfüllen würdet? Also ein Urlaubsziel? Ich hab, also früher hatte ich mal so, hatte ich im Kopf, also früher hatte ich mal so im Kopf, so Australien willst du mal unbedingt hin, Japan willst du mal unbedingt hin, Amerika willst du mal unbedingt hin, jetzt bin ich ganz kurz zweimal in Amerika gewesen und weiß ich nicht, ich hab mir natürlich nur einen Bruchteil von dem, was es gibt, angeschaut und auch nur zwei Städte in dem Sinne und auch nicht wirklich alles, aber Amerika zieht mich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig hin. Ich hab gar nicht so diese Fernziele so, ehrlich gesagt. Ich hab das gar nicht so krass. Also, also ja, natürlich noch, also ein bisschen rumkommen fände ich noch gut und das sollte man sich auch mal vornehmen und planen und durchziehen und nicht einfach nur die lange Bank schieben und dann in 20 Jahren denkt man sich so, jetzt hast du das mal gemacht, jetzt, ein bisschen später. Aber, aber so Urlaubsziele, boah, keine Ahnung. wüsste ich jetzt, wüsste ich jetzt so nicht. Ähm, also ich möchte super gerne nochmal ein bisschen länger nach Nepal, aber nicht jetzt, sondern später, wenn ich ein bisschen älter bin. Ansonsten war ich schon überall. Ich hab durch mein Studium und, äh, durch, ja, jetzt, durch das Stream hab ich so viele Länder schon besucht. Ich hab ehrlich gesagt keine Ziele mehr. Ich war schon so viel auf Reisen, hab schon so viel Kulturen gesehen, äh. Hm. Also ich glaube, aktiv, ne, wenn ich wirklich aktiv, also um die Frage auch mal mitzunehmen, wenn ich jetzt mal aktiv nochmal und Geld würde, wirklich kein Bums mehr spielen, dann würde ich mir in Finnland oder Schweden würde ich mir einfach einen Hektar Wald kaufen, direkt an der Ostsee und dann würde ich allen den Dicken zeigen, mir da eine fette Leitung hinzimmern und dann, tschüss, zweites Ferienhaus hin für, weiß nicht, Kumpels, Freunde, Familie, Kinder, was auch immer und dann noch ein drittes hinten zum Vermieten und dann leck mich am Arsch vorher freie Marjane. Das wäre, also das ist noch für mich, muss ich sagen, weil ich das kennengelernt hab als junges Kind von unserem Gastschüler damals, der war aus Finnland und der Vater hatte wirklich so ein Riesenstück Land am, also Wald an der Ostsee. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, wäre das das Erste, was ich machen würde. Das Allererste. Richtig in der Hütte hinzimmern, an der Ostsee, schön mit Boot, Kajak, den ganzen Scheiß, was man alles so macht, aber aus dem See paddeln, dies, das, an der Ostsee, Sauna, drei Saunen am besten, Ferienhaus für die Kinder oder Besuch und dann noch eins zum, keine Ahnung, für Zuschauer, zum Ornanieren oder Flitterwochen oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja klar, das Ornanierzimmer, da geht der Trend ja auch ganz klein. Ja, kenne ich. Ja. Genau. Das wäre so bei mir. Aber coole Frage. Ich wünsche mir manchmal mehr, also irgendwie ist das die ganzen Jahre bei mir im Chat weniger geworden, dass Menschen mir so schöne Fragen stellen. Okay. Ja. Würde ich feiern wieder. Ihr könnt übrigens noch Fragen stellen, ne, also beide Chats. Wir blenden die dann immer mal ein. Seid ihr Fan von offenen oder geschlossenen Kopfhörern? Beides? Das ist irgendwie, das ist, das ist keine schwere Frage, aber das ist, das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich versuche hier gerade nebenbei noch ein, noch eine Sache zu speichern, die gerade falsch war. Ja, ja. Also, also, ich habe eigentlich so offene Kopfhörer sehr gefeiert, weil man, weil man halt eben noch von seiner Umgebung nicht komplett getrennt und abgeschnitten ist und ich mag halt auch diesen, diesen Sound, also so dieses, dieses nicht so abgekapselte und bei einem geschlossenen Kopfhörer hört man natürlich auch erstmal seine Stimme sehr laut und das hat natürlich dann den Vorteil, dass auch mal gerade in einer etwas lauteren Umgebung man vielleicht nicht so viel von seiner Umgebung halt irgendwie so mitbekommt. Das ist aber echt Geschmackssache. Also, ich habe beides hier und ich habe lange Zeit über einen geschlossenen Kopfhörer gestreamt, den 797 PV von Biodynamic und fand das auch total gut und dieser Kopfhörer jetzt hier zum Beispiel, der ist so, der ist, der möchte dicht sein, aber er ist, lässt noch ein bisschen durch und ich habe vor ein paar Wochen mal wieder einen offenen, auf dem Kopf gehabt und das war so ungewohnt vom Klang her, aber nach fünf Minuten klang das wieder total gut. also, das ist halt wirklich, also ich finde, es ist entweder abhängig davon, was man macht und wofür man den Kopfhörer braucht, weil Kopfhörer können halt auch extrem oder sind halt auch extrem abhängig davon, in welcher Umgebung sie eingesetzt werden und für welchen Zweck sie eingesetzt werden oder halt eben Geschmackssache. So, und in meinem Fall war es dann halt, bei dem 797 war es dann halt eben zweckgebunden, weil ich halt eben dieses geile Mikrofon davon haben wollte und halt eben an einem Headset, weil es ist halt super praktisch, wie du ja auch gerade hast, du hast da dein Eigenbau quasi, dein kleines DIY-Mikro an deinem Kopfhörer dran und ja, ich mag beides, also das gibt's nicht bei mir, das gibt's nicht bei mir, aber ich muss ganz ehrlich sagen, aktuell bevorzuge ich ein bisschen mehr Sound, der von außen reinkommt, weil so ein bisschen offen ist. Ja. Geschlossen all the way, keine Diskussion. Bei mir gibt's keinen offen, weil Brillenträger, Riesenohren, tut einfach scheiße weh, wenn das auf Ohren aufliegt, geschlossen all the way, immer um die Ohren rum, um richtig schön rum, um die Elefanten-Dinger. Die Elefanten-Dinger? Ja, ich hab halt riesige Ohren, ich bin halt, also ich bin halt wirklich am Arsch mit den anderen Sachen. Ich sag's, wie es ist. Deswegen immer geschlossen. Und ich will auch meine Umgebung gar nicht hören. Ist mir egal. Also wenn einer was von mir will, soll er mich anrufen. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding, ne? An manchen Tagen bin ich, bin ich, bin ich so im Tunnel, dass ich, selbst wenn ein Handy hier neben mir liegt und das ab und zu mal aufwacht und dir irgendwas Neues anzeigt oder so und auch mal piept oder klingelt oder so, das krieg ich gar nicht mit. Und in anderen Tagen, da häng ich, häng ich da auch dran, ne? Also da krieg, kann man mich auch während des Streams irgendwie erreichen und sowas. Aber meistens nicht. Und ich weiß, dass wir da schon so ein bisschen drüber geredet haben, wenn du im Stream bist, bist du im Stream, aber wenn dir einer was Wichtiges schickt, dann kommt der natürlich durch, dass man reagieren kann, macht ja auch Sinn. Weil manchmal gibt's ja auch Anfragen, die sind sehr kurzfristig und man muss innerhalb von, am besten instant reagieren. Ist klar, keine Frage. Also ich hab Uhr, krieg alles mit. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Zum Beispiel, jetzt krieg ich gerade mit, dass sich alle meine Ringe geschlossen haben. Nils, du hast alle deine Ziele erreicht. Schön. Tippi-doppi. Das wird eine perfekte Woche, Alex, soll ich dir sagen, von meiner Uhr. Hey! Okay, gut. Sollten wir also noch das neue Ziel Geroldsteiner anschreiben mit aufnehmen? Ich weiß nicht, ob die so einen uninteressanten Podcast sponsern wollen, aber wir können gerne mal anfangen. Vor allem gibt's bei Geroldsteiner, also Geroldsteiner hat ja schon mal gewisse Gaming-Sachen gesponsert. Gamescom zum Beispiel, da waren sie irgendwie Partner, Sponsor, irgendwie sowas. Und eSport in dem Bereich waren sie natürlich auch mit drin, aber für, hey, wir machen einen Podcast und mit eurer Unterstützung hätten wir jetzt einen Sponsor. Das ist ja nicht interessant für eine Firma, ne? Na doch schon. Jetzt mal so. Na doch schon. Es gibt eine gewisse Grundreichweite, aber das Konzept dahinter. Naja, also pass mal auf, ich sag's mal so, wie es ist, wir beide, wir beide Bläppos bringen nicht, einfach nicht genug Zahlen, dass ich das rentieren würde, weil sonst würden die hier auch reingehen. Hätten wir beide, weiß ich nicht, 5000 Zuschauer und hier würden, sag ich mal, insgesamt 10.000 Menschen sitzen und sich das angucken, würde Geroldsteiner sagen, na Sigi, Alter, da gehen wir aber sowas von rein. Und dann brauchen wir nur den hier machen und mehr Werbung brauchen wir gar nicht machen. Aber ich sag's einfach mal, sind wir mal kurz realistisch, wir sind beide einfach irrelevante Bläppos im Internet, so wen interessiert, also ob Geroldsteiner, ob ein Sack Reis umfällt oder ob wir im Stream sitzen, interessiert Geroldsteiner nicht. Sind wir mal ehrlich. Ja Leute, also pass mal auf, das können wir machen mit den Kästen, aber, also diese Woche kriegt nur Dizzy einen und danach die Woche kriegt. Ja. Vor allem, weil das immer nur ein Sechster ist, der ist so zwei Tage alle. Ja, stimmt. Mal eben ganz kurz aus dem Chat, ob ich mal ein Auna-Mikro hatte. Nein, ich hatte noch nie ein Auna-Mikrofon. Ich weiß, dass diese Marke immer mal wieder so rumgeistert von wegen günstiges Einstiegsmikrofon etc. Aber ich kann auch nur das wieder plappern wie ein Papagei, was ich aus diesen Videos her kenne und ich kenne die leider nicht. Also selber nie ausprobiert. Sorry. Warst du da, war ich? Du, ich habe auch keine Fragen mehr. Die einzige Frage, die ich habe, HS70 oder HS80, welches Software ist dafür am besten? Keine Ahnung. Der Korsairtreiber? Okay, pass auf. Entschuldigung. IQ. Kein Problem, dafür ist es ja da. Oh. Wenn Twitch seine Plattform schließt, was macht ihr dann? Ja, bei YouTube-Stream. Klar, bei YouTube-Stream ist doch logisch. Na, was denn? Also, dass Twitch seine Pforten komplett schließt, ist schon sehr unwahrscheinlich. Aber da natürlich auch Mixer einfach so dann geschlossen wurde, so von wegen, ja, wir wissen, das kommt jetzt ein bisschen unerwartet, aber hey, die Leute wissen das ja schon, die bei uns arbeiten. Twitch gibt es demnächst nicht mehr. Es kann ja alles passieren. Also, wenn Twitch die Plattform dicht macht, dann wechseln logischerweise 98% alle zu YouTube und versuchen da von heute auf morgen zu streamen und das so weiterlaufen zu lassen, wie bisher. Und die anderen 2%, die weiter streamen werden, die gehen zu Facebook. An dieser Stelle, Chat, beide, abonniert doch einfach mal unsere Kanäle. Einfach nur für Safety First. Ist halt wirklich so. Unten in der Beschreibung oder Ausrufezeichen Sozial oder ich weiß nicht, wie man das bei Alex findet. Aber abonniert doch einfach mal rein. Ist kostenlos, falls es doch wirklich mal vorbei ist. Der Milliardendeal für Hardcast steht halt auch vielleicht schon vor der Tür. Okay, okay. Aber andere Sache, was wäre denn, wenn du auf dieser Plattform, also klar, das gleiche gilt natürlich, wenn du auf dieser Plattform permanent gesperrt werden würdest, ne? Also mal angenommen, ha, 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 ha sitzt da an Unterhosen. Ich gucke die ganze Schichtkriege an. War gar nicht, als ob ich irgendwann mal hier von dieser Plattform fliege. Ich bin 36 Jahre alt, verhalte mich wie ein normaler Mensch und die Leute, die dahinter sitzen und das entscheiden, kennen mich. Bevor ich gebannt werde von dieser Plattform, da muss ich schon eine Hose runterlassen und einen Helikopter machen beim Schniedelwurz. Und da bin ich mal, Entschuldigung, ziemlich voreingenommen. Und jeder Report, der von meinem Kanal reinkommt, da wette ich mit euch, sitzt jeder Twitch-Mitarbeiter dahinter und lacht sich einfach ins Fäustchen, weil das nur dumme Scheiße ist, die da drinnen stehen. So, Entschuldigung. Okay. Das Problem ist, muss ich gleich dazu sagen, ich bin mit hypothetischen Beispielen super beschissen. Also wenn du mir jetzt sagst, wenn du irgendwas, keine Ahnung, mich hat letztens jemand gefragt, wenn dir einer 10 Millionen geben würde und du müsstest auf alle deine Freunde verzichten, war die erste Antwort, na, ich nehme 10 Millionen. So. Aber ich stecke ja auch gar nicht in der Situation. Also, weißt du, ich kann das einfach nicht so gut. Mach weiter, Entschuldigung. Also, wenn ich für 10 Millionen zu YouTube gehen müsste und müsste meine Twitch-Karriere von heute auf morgen an den Nagel hängen, dann wären 10 Millionen, das kann ich gar nicht auf Twitch in den nächsten Jahren verdienen. Dann müsste ich ja, wenn ich morgens aufstehe, einmal in den Dr. Disrespect-Haufen treten, dann in den Ninja-Haufen und dann nochmal in den anderen Haufen. Weißt du, in den Shroud-Haufen. So, das geht ja gar nicht. Also, natürlich würde man, würde man dann natürlich aus, aus, aus geschäftlicher Sicht diesen, diesen, diesen Schritt natürlich gehen. Klar, keine Frage. Nee, aber wenn, 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 wenn mal genommen, du würdest aus welchem Grund auch immer gebannt werden. Und ja, ich bin auch noch nie gebannt worden, aber mein Channel war schon mal gebannt, weil als ich zu, ich habe am Anfang auf Twitch gestreamt, das war so nebenbei ab und zu mal und das hat noch, war noch nicht so regelmäßig, noch nicht professionell und das waren so die absoluten Anfänge. Und dann bin ich zu der anderen Plattform gegangen, die hieß da mal als Hitbox. Und was habe ich gemacht? Ich habe natürlich auf meinem, auf meinem Twitch-Kanal natürlich Werbung laufen lassen für, hey, ich bin jetzt drüben bei Hitbox, guckt mir doch da zu. Und natürlich haben Leute das dann reported, weil sie das doof fanden, dass ich auf eine andere Plattform gehe und natürlich wurde dieser Channel dann mal gebannt und war auch ein Jahr lang oder zwei gebannt, ne? So die Richtung. Aber ich bin noch nie gebannt worden für, ähm, für, für irgendwelche, ähm, Aussetzer, Ausfälle oder irgendwas, was man bei mir im Stream gesehen hat und so weiter. Und ich muss auch ganz klar dafür sagen, Sachen, die man vielleicht auch sogar schon mal bei dir gesehen hat oder auch bei mir womöglich, da hätte es schon Situationen gegeben, wofür sind andere Leute gebannt worden sind. Aber die sind bei mir nicht reported worden, weil bei mir halt eben keine 20.000 Leute zukommen. Ist halt so. Also ich glaube, ich würde für 20, ich war vor 20.000 Leute für Matze, seinen Schwingeln nicht gebannt werden. Warum auch? Das Ding ist halt, hat Tos gelesen, verstehst du? Also wenn jemand mir anpischen will, kann ich, äh, zitieren Tos. Also, Dems of Service. Also es gab mal, es gab mal vor, von einem Jahr oder vor zwei Jahren, gab es mal jemanden, der ist, äh, in Anführungszeichen in meinem Namen, in andere Kanäle gegangen und hat da seine kleine Mini-Bot- Spam-Armee losgelassen und hat so Sachen gepostet wie, äh, ja, schaut jetzt bei mir zu, ich bin gerade live, das Übliche, ne? Diese typische Spam-Werbung. So, und, ähm, das hat, das hat diese Person gemacht, als ich auf der Twitch-Startseite war. Ist jetzt ein anderes Thema, aber durch die Twitch-Startseite kommen halt 2.000, 3.000 Leute auf deinen Kanal und gucken dir zu, richtig? Nee. Ja, über die, ja, okay. Also in meinem Fall haben dann so 2.000, 3.000 Leute zugeguckt. So, und dann sah das natürlich für die Leute, die bespammt worden sind, und das waren alles, das waren internationale Kanäle, deutsche Kanäle, aber auch die ganz großen und auch die, ne, die vierstelligen Kanäle, sind natürlich dann Leute in meinen Kanal gekommen und gesagt, so, ey, was fällt dir ein, dumme Sau, verpiss dich hier, geht gar nicht, hab dich reported, sowas, ne? Und im ersten Moment denkst du natürlich auch, oh Gott, was ist hier denn los, ne? Was hab ich denn gemacht, so, ne? Und dann hab ich das natürlich mehr oder weniger in Anführungszeichen nach ein paar Minuten gecheckt, was da los war und hab auch ein Posting dann bei Twitter gemacht und hab den Twitter-Befehl bei mir eingebunden und wenn einer reinkam und hat sich beschwert, hab ich versucht, das entspannt zu erklären. Und ansonsten hab ich den Chat im Follow-Only oder im Sub-Only-Modus gemacht, weil da kam halt manchmal wirklich im Sekundentakt Leute, die sich beschwert haben, so. Aber ich hab das ganz entspannt gesehen. Dann bin ich zu einem dir bekannten Twitch-Mitarbeiter gegangen, der relativ kurz vorher erst bei Twitch angefangen hat und der sagte so, ja, du Alex, mach dir da keine Gedanken. Du bist, du bist hier sowas von unauffällig auf der Seite im Sinne von, du hältst dich an alle Regeln und Richtlinien und so weiter, also keiner von den Leuten bei Twitch geht davon aus, dass du hier die Kanäle spams oder sowas, das ist ein bekannter Move von irgendwelchen Leuten, die zu viel Zeit haben, da Energie reinzustecken und am besten kochst du das gar nicht so hoch und dann verschwindet das Problem schon von ganz alleine. Und genau das ist passiert. So, oder? Also wenn du dir bei Twitch, also wenn du nicht unterm Stein lebst und mit den Mitarbeitern gar nichts zu tun haben willst, sondern man spricht miteinander und du bist einfach nur ein ganz normaler Mensch und sagst, das und das mache ich, das kann ich und das und das ist passiert, dann pisst dir da auch keiner ans Bein. Also, da passiert dann auch nichts. Nee. So, aber wenn Twitch für seine Plattform schließen würde, dann, dann das, also ich will nicht sagen, dass ich das witzig finden würde, das fände ich natürlich sehr schlimm, aber das, das Geschrei auf Social Media wäre ein paar Tage sehr laut, sehr laut. Ja, das war doch schon laut, nachdem jetzt die Subs auf 3,99 gekündigt wurden, also runtergemacht wurden. Und jetzt gibt es noch 20 Prozent bis Ende des Monats. Ja, das ist halt alles immer so, weißt du, ich meine, darf ich so richtig frech sein jetzt? Ja, ne? Ja. Ey, dieses ganze Rumgequengel so, das geht mir alles auf die Eier, weißt du, die Leute fangen an zu heulen, aber wenn du keine Knete hast oder nicht genug Knete hast, dann kümmere dich da drum, dann geh, weiß ich nicht, fahr Pakete aus oder geh Regale einräumen oder mach irgendetwas. Dieses ganze Rumgejaule in 2021, wo die Menschen, wo die Popherze sich schon zusammenzieht, weil 20 Prozent Einkommen fehlt. Manga, wenn dir das schon fehlt, dann bist du sowieso einfach schon im Stadium, wo du gefickt bist, weil das Finanzamt nimmt dir schon fast alles weg und da bleibt nicht viel übrig. So, und dann setzen dich die Leute da hin und quengeln da drum. Wenn Fitch zumacht, dann sag ich dir so, wie es ist. Alle Leute, die so ein bisschen was von sich halten und ein bisschen aufgeräumt haben die letzten Jahre, das erste Mal zu machen, Twitter-Post, Jungs, Mädels oder ZuschauerInnen, hier YouTube-Kanal oder hier Facebook und tschüss und fertig. Und außerdem, wenn du clever bist, weißt du schon vorher, wann es in die Beine geht. Das weißt du vorher schon. Wenn du wirklich was davon hältst, was du machst und du willst dein Unternehmen am Laufen halten, dann weißt du es schon vorher. Und dann bist du da schon drauf vorbereitet. Diese ganzen, dieses ganze so rumgequengeln und rumgeweine immer, das ist halt einfach, weil, wenn ich das sehe, also wirklich, wenn ich diese Tweets immer lese, morgens nach mal aufstehen und ich sitze auf dem Balkon und denke mir so, wirklich, hört auf damit. Geht in die Welt, wo Chefs da sind, aber seid bitte nicht selber Chef. Oder kümmert euch bitte nicht um euren eigenen Scheiß. Das ist eine absolute Vollkatastrophe. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist immer, dass der gemeine Zuschauer dann dabei auch noch Mitleid hat. Und das ist halt wirklich unterste Schublade. Es ist so traurig. Wirklich. Habe ich dich damit jetzt getroffen? Ich hoffe nicht. Nein. Ach. Ich sehe das sehr ähnlich wie du. Also, also, man hat früher immer gesagt, ja, also nur, nur weil du, nur weil du studieren gehen kannst, heißt es nicht, dass es dir leisten kann, dass es dir leisten kann, studieren zu gehen. So, ne? Und das ist ungefähr so dieselbe Situation. Wenn du jetzt, sagen wir mal, du nimmst gerade so viel Geld ein, dass es für deine Miete, diesen Strom und irgendwie ein bisschen was zu essen so und so weiter reicht, dann bist du halt nicht selbstständig. Dann bist du halt, dann überlebst du gerade so eben so. Und mein, der Bruder von meinem ehemaligen Chef, der hat so ein bisschen so, so Richtung, so Beratung und so weiter, wollte der so ein bisschen machen. Und keine Ahnung. Also allgemein, wenn du eine Firma hast, musst du halt deutlich mehr Geld einnehmen, als davon, dass du gerade eben davon überleben kannst. Die Firma soll ja Geld verdienen. Ja. So in der Richtung, ja? Außer du bist halt irgendwie so ein Non-Profit-Ding in irgendeiner Art und Weise, aber dann bist du halt keine, dann bist du halt keine Firma, die da, die den Zweck hat, ja. Also am Ende des Tages, was ich sagen will, ist, ich sehe das sehr ähnlich, wenn auch vielleicht ein bisschen, bisschen entspannter, aber wenn jetzt jemand von 20 Prozent getroffen ist, das ist natürlich erst mal zu Recht, klar, wenn du, sagen wir mal, du bist daran gewohnt, dass im Schnitt, im Monat, übers Jahr verteilt so und so viel reinkommt und jetzt schneidet da einfach einer mal 20 Prozent ab. Klar ist das kacke. Natürlich beschwerst du dich darüber. Würde ich auch machen. So, aber am Ende des Tages, wenn dein Business nur darauf beruht, dass du eine Säule hast, mit der du Geld verdienst, nämlich die Subs und du hast vielleicht noch ein paar Donations und du hast noch ein paar Bits oder sowas, ne? Dann kannst du jetzt ja nicht mal eben kurz zu deinen Zuschauern gehen und sagen, hey Leute, also jetzt müssen wir die 20 Prozent aber irgendwie auffüllen, ne? Das geht halt nicht. Also, mal so eine kleine Anekdote aus dem Leben. Ich als alter Erfolgsverweigerer, mein Chat nennt mich gerne so und das ist auch so, ich hab mir schon so oft 50 Prozent meines eigenen Einkommens einfach gekillt. Weil ich hab damals, war ich einer der mitdeutschen größten Streamer mit Minecraft damals, hab ich von jetzt auf gleich ausgemacht. Hab mich komplett getötet. Hab mir wirklich selber nen Kopfschuss gegeben. Einfach Tarkov war genau dasselbe. 1.800 Zaps, Tarkov ausgemacht, 900 und. Damit musst du lernen, umzugehen so. Dieses ganze Gequengel und Geweine bringt dich halt nicht vorwärts so. Das Ding ist, du musst halt auf die Fresse fliegen, damit du deinen Arsch wieder hochkriegst und den an der Wand kriegst. So. Und das erste, wirklich das allererste, was mir durch den Kopf gegangen ist, als das kam mit 3,99 und wir verdienen 20 Prozent weniger und das wird im Januar umgesetzt, war das allererste, was mir in den Sinn gekommen ist. Alles klar, wo kriegen wir jetzt noch das her, dass wir das kompensieren? Und nicht mit, oh Chat, jetzt müssen wir aber doch mal reinbaten. Jetzt fehlen aber 20 Prozent, sondern wo kriege ich die andere Knete her? Also was kann ich tun, damit ich das hier weiter machen kann? Ja. Also meine Angehensweise ist eigentlich relativ simpel. Ich habe mal im Durchschnitt so meine Subzahlen, die sich die letzten Jahre immer mal so ein bisschen nach oben unten bewegt haben, aber so im Schnitt war das jetzt die letzten Monate auch sehr stabil. Ich habe ein paar Werbepartner, über die immer mal mehr, immer mal weniger passiert. Wir haben natürlich, ist immer noch die Community der treibende große Punkt hinter der ganzen Nummer. Und wenn das einen gewissen Threshold oder eine gewisse Grenze unterschreitet, bei der ich nicht für mich garantieren kann, dass ich alle meine Kosten decke und alles funktioniert und ein bisschen was zum Anspannen übrig bleibt und so weiter, dann muss man halt einen anderen Job noch annehmen. Dann killt man eben das Fulltime-Streaming wieder und geht halt halbtags arbeiten. Oder du hast halt einen Job, den du vielleicht für das Krasse bei dir wahrscheinlich auch ist, wir haben mittlerweile so viele Kontakte in die Industrie, in die Gaming-Industrie, in das Streaming und zu vielen Firmen, dass man da auch relativ schnell Fuß fassen kann. Also ich habe die letzten Jahre immer mal ein paar Jobs angeboten bekommen und zwar nicht nur irgendwie von irgendwelchen Menschen, sondern halt von dem einen oder anderen Entscheider, der gesagt hat, so du würdest dir ganz gut reinpassen, wenn das mal für dich interessant ist, sag ruhig mal Bescheid. Also da habe ich jetzt keine Angst vor. Also ich habe früher den Fehler bei mir gemacht. Ich habe schon tausend Fehler gemacht. Erfolgsverweigerer würde auch ganz gut zu mir passen. Ich habe schon tausende Fehler gemacht. Aber einer der Fehler war damals, dass ich meinen YouTube-Channel nur auf Battlefield aufgebaut habe und damit so minimal so ein bisschen in der Battlefield- Community so, da hatte man schon mal von mir gehört. Und das war nicht schlau, gerade auch zum Streaming nicht. Ich sage nicht, man muss ein Variety-Streamer sein, aber wenn du nur dieses eine Ding machst, bei dir Minecraft zum Beispiel, bei mir Battlefield und du hast einfach keinen Spaß mehr daran, dann machst du das eine Zeit lang, weil das eben dein Job ist oder weil das von dir erwartet wird. Aber wenn du das, also irgendwann kommt so der Punkt, da kippt das um. Und dann geht das nicht mehr, da willst du das nicht mehr. Und dann musst du dir Gedanken machen. Und ich sehe es ganz genau so wie du. Es tut jedem gut, einmal mit so einer Sache auf die Fresse zu fliegen, einfach auf dem Boden zu liegen und zu sagen, boah, scheiße. So fühlt sich das an. Oder so ist das, wenn auf einmal nicht mehr die großen Zahlen zugucken. Das macht was mit dir. Ich möchte das kurz mal aufgreifen, weil jemand gerade meinte, dass mit dem Aufstehen, dass das wie Propaganda ist. Oder dass das in die Richtung Propaganda geht. Um das kurz mal aufzugreifen. Eine Lebenseinstellung zu haben, ist nicht Propaganda. Dass das nicht jeder machen kann, ist mir klar. Denn bist du aber auch, also ganz ehrlich, wenn du psychisch dafür nicht gemacht bist, dann solltest du A nicht selbstständig sein und B nicht Streamer sein. Weil du musst dich damit, du musst, du musst damit klarkommen, dass du jeden Monat schwitzt, ob dein Geld stimmt oder nicht. Du musst dich um deinen ganzen Fick kümmern. Du kannst nicht sitzen und weinen und schauen, dass alles von alleine läuft. Dann bist du halt an der Stelle vielleicht nicht im richtigen Bereich, in dem du dich selber wohlfühlst in deiner Komfortzone. Streamen besteht aus, auf die Fresse fallen, aufstehen und weitermachen. Weil du so oft, weil du so oft, weil du so oft Probleme haben wirst, so wie Alex schon sagt, dass dein, dass dir halt auf einmal Zuschauer nicht mehr zugucken. Nicht die Mama ist ein gutes Beispiel. Nicht die Mama kriegt von Gronken Hohs, da ist die totale Party los. Das wird aber auch irgendwann wieder vorbeigehen. Und dann fällst du auf die Fresse. Und das ist nichts anderes. Du wirst auf die Fresse fallen. Jeder hat Höhen und Tiefen drin. Schon alleine nur Sommer. Sommer ist für einen Streamer eine unglaublich große psychische Belastung. Weil im Sommer gehen Zuschauer weg. Sie nehmen ihr Geld, was sie haben, stecken das in Urlaub, fahren mit ihren Kindern in Urlaub und dann fällst du auf die Fresse. Und wenn du das nicht abkannst, dann sieht es für dich halt schwer aus. Dass das nicht allgemeingültig auf jeden passt, weil jeder Mensch anders ist und natürlich Menschen gewisse, sag ich mal, psychische Belastungen nicht so gut abkönnen, ist mir schon bewusst. Der allgemeine Tonus ist hier, du fällst auf die Fresse und dann musst du wieder aufstehen. Weil anders läuft das nicht. Weil das Streamer-Game ist nicht, dass dir jahrelang immer dieselben Zuschauer zugucken. Sie werden weggehen, sie werden wiederkommen. Es ist Angelcamp, es ist dies, das, Ananas. Oder du bist einfach kacke, du bist gestresst, überarbeitet, Leute wollen das nicht sehen, so. Das ist normal. Und das ist keine Propaganda. Das ist einfach Twitch. Also ich sehe das so, mir fallen mehr Beispiele von Streamer und einen, die im Laufe der Zeit, ich sage jetzt mal das Wort aufgegeben haben, aber ich meine damit, dass die ihren großen Status verloren haben, nicht über Nacht, sondern so peu a peu ist das runtergegangen, als dass ich Streamer kenne, bei denen es lange läuft. Und wir reden jetzt nicht über die ganz Großen wie Monte und so weiter. Monte sagt im Prinzip ja selber von sich, das kann alles nächstes in ein paar Monaten wieder vorbei sein. Vielleicht feiern die Leute dann halt auch nicht so. Und natürlich, wenn du eine gewisse Größenordnung erreicht hast und auch Leute hast, die dich beraten und auch viele Leute auf dich zukommen und sagen, pass mal auf, du bist gerade in einer Schieflage, du solltest das und das jetzt mal besser machen oder mach mal mehr mit Leuten zusammen. Knossi ist das beste Beispiel. Knossi ist quasi super gut vernetzt über Fernsehen und über seine Karriere, die er davor so hatte. Der macht das einfach perfekt, dieses Networking. Ob man das jetzt gut findet oder nicht gut findet, du musst kein Fan davon sein, aber du musst zugeben, wenn ein Knossi was anpackt, das hätte ein Monte auch machen können. Aber am Ende des Tages ist es auch egal. Also am Ende des Tages will ich eigentlich nur sagen, ja, selbstständig sein hat seine Vorteile, selbstständig sein hat seine Nachteile und diese, wie du es gerade gesagt hast, psychische Belastung, schweres Wort für 1949, das muss man schon abkönnen. Und da muss man auch Bock drauf haben. Und dann ist es halt eben nicht so, dieses so, ja, der sitzt ja nur rum und spielt Spiele. Ja, das tun wir oft. Oder wir quatschen Umfug und gucken uns Videos an und machen sich ein bisschen lustig oder so im Rahmen. Das ist alles ganz cool. Aber ich muss auch mal sagen, das wird bei deiner Community nicht anders sein. Der Anteil der Menschen, die auch mal über ernste Themen sprechen wollen, ob das jetzt hier vor der Wahl passiert oder Hochwasserkatastrophe oder sowas, das habe ich früher total unterschätzt, wie sehr dann auch da in Anführungszeichen jetzt doof ausgedrückt, echte Menschen dahinter stecken, die sich über jeden Scheiß Gedanken machen und dass das auch dazu gehört. So, ne? Am Ende des Tages bist du beim Streaming, wenn du das ein bisschen ernster nimmst oder wenn nicht ernster nimmst, sondern wenn du so der Typ dafür bist, dann überrascht dich die Community in allen Bereichen immer wieder. Und es geht nicht darum zu sagen, so, ja, die schmeißen die mit Kohle die ganze Zeit zu oder sowas. Aber die Community überrascht dich in allen Bereichen immer wieder. Ob das Support ist, Hilfe ist, ob Leute dazu kommen, die sagen, pass auf, mit eurem scheiß Podcast, ihr kriegt das ja eh nicht geschissen. Ich komme jetzt in euren Discord und wir nehmen den Quatsch hier irgendwie auf, ne? So, oder, äh, und, und, ja, du weißt, was ich sage. Ja, ja, natürlich. Und, und, das ist, das ist wirklich krass. Und das ist auch sehr, sehr herzerwärmend. Auch nach dieser ganzen Zeit. Ist es auch. Ey, ganz ehrlich, also gerade in Zeiten wie diesen, wo, sag ich mal, wir, also auch just dann jetzt eben gerade an dem Beispiel, äh, alle sehr, sehr empfindlich sind, äh, ist es immer wieder erquickend, äh, dass man halt noch voneinander was lernen kann. Und ich glaube, das wird, äh, mittlerweile immer krasser. Das Problem ist einfach nur mittlerweile, dass das etwas zu elitär geworden ist. Also zu rapido, schwarz-weiß, grau gibt's nicht mehr. Aber das ist auch ein anderes Thema. Aber das finde ich auch sehr schön, ja. Emotionale Stütze, sag ich da immer. Ja. Hast du noch Fragen? Also, ich hätte sonst noch, äh, zwei. Ich hätte auch noch zwei, aber eins davon haben wir gerade, das können wir ganz kurz einmal reinschutzen hier. Ja, hau rein. Wie findet ihr, dass Twitch bald anzeigt, wieso die Leute ihre Subs bei euch canceln? Weil das passt jetzt gerade sehr gut, ne? Ähm. Oh. Ich glaube, ich glaube, dass wenn, wenn bei mir eingezeigt wird, warum jemand seinen Sub bei mir canceln und ich kann das dann sehen, dass gerade bei mir 99% auch sehr trollige Antworten dabei sind. Und da sind wir auch wieder beim, beim Thema Rumweinen und Rumheulen von dem ein oder anderen Streamer, gerade auf Social Media. Am Ende des Tages, wenn dir weniger Leute zugucken und deine Zahlen ein bisschen runtergehen oder sowas, ne, dann renn nicht rum und sagt, der andere hat jetzt, macht, der kopiert dich oder der, der ist, der, bei dem gucken jetzt deine Leute zu oder sowas. Nein, das liegt an dir. Das liegt an deinem Programm. Wenn du, wenn, wenn du mal einen scheiß Tag hast, okay, wenn du mal eine scheiß Woche hast und du brauchst mal Urlaub, nimm eine Woche Urlaub, ne? Und wenn bei mir angezeigt werden, hier, ich gucke dir nicht mehr zu, weil du bist doof, dann ist das halt so, ne? Aber das sind so wie YouTube-Kommentare. Das darf man auch nicht so an sich ranlassen. Auch nicht jedes Posting. Ich mache immer noch den Fehler, dass ich, dass ich einzelne Dinge im Chat immer wieder vorlese, obwohl ich es gar nicht wollte und dann, und dann, und dann dringt das durch und es geht mir auf den Sack und, ja. Ich gebe mal eine typische Dizzy-Antwort, die werden wahrscheinlich viele damit schon rechnen. Ah, oh, fuck, ist mir auch scheißegal. Kündige deinen Sub, wenn du deinen Sub kündigen willst. Ist mir Wumpe. Ist dein Geld. Wenn jemand fragt, wie kann ich den Sub eigentlich kündigen, sage ich immer hier oben einfach auf dein Bild klicken und dann auf Abonnements und dann, ja, zack. Weil am Ende, am Ende des Tages, stellt euch das mal jetzt wirklich vor. Aber sagen wir mal, du hast, sagen wir mal, du wechselst ins Spiel, okay? Und du würdest von 100 Leuten, deswegen ist das bei mir im Chat auch nicht verboten, aber ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn ich zum Beispiel aufhören würde, jetzt ACC zu fahren und es kommen 100 Leute rein und sagen mir, na, ich gucke jetzt nicht mehr und ich zapp nicht mehr, weil du ACC nicht mehr fährst, dann denke ich mir immer so, das will ich doch gar nicht wissen. Ist doch vollkommen okay. Ist deine freie Entscheidung. Aber das musst du mir doch nicht auf den Bauch wenden. So, das ist, das ist genauso wie mit den Nachrichten. Das Feature interessiert mich einfach gar nicht. Warum? Also, ist mir doch egal. Mach, kündige und dann ist gut. Also, vielleicht sehen wir uns irgendwann nochmal wieder. Ich glaube, dass der ein oder andere Streamer da auch vielleicht in Ausnahmefällen wertvolles Feedback kriegen kann. Aber warum jetzt jemand, überlege ich mal die ganzen RP-Streamer. Überlege ich mal die ganzen RP-Streamer. Da fällt einer so ein bisschen in Ungnade und dann steht auf einmal, ja, weil du nicht treu warst, du warst nicht true, du hörst nicht mehr dazu, deshalb kündige ich meinen Sub so. Also, das kann ich aus meiner Perspektive jetzt nicht ernst nehmen. Also, wenn, wenn, wirklich jetzt. Ich hatte schon Momente, wo Menschen mir wirklich vernünftiges Feedback gegeben haben. Also, wirklich vernünftiges, die gesagt haben, ja, sie tut mir wirklich leid. Ich finde, charakterlich bist du in eine Richtung abgeschweift, mit der kann ich persönlich nicht mehr so gut umgehen. Das und dies hat sich geändert. Ich wünsche dir alles Gute und alles tippitoppi, aber ich komme nicht mehr wieder. Und dann sagt man sich Tschüss, dann nimmt man das Feedback auf und dann kann man damit was anfangen. Aber alles andere war ja, dass mir auch wirklich, wenn du kein Geld hast, okay. Wenn du den Stream scheiße findest, okay. Aber wenn ich mir das in meiner Freizeit, also wirklich, überlegt euch das mal, wenn du dir das in deiner Freizeit noch reinziehst, dann schmeißt du den ganzen Tag nur Scheiße in deinem Kopf. Also, es ist ja so, du kannst natürlich deinen super cloudy, tippitoppi-Stream haben, wo dir alle den Arsch pudern. Aber glaub mir, das ist viel, viel geiler, als wenn du den ganzen Tag nur Scheiße frisst. Und glaub mir, du frisst so oft Scheiße, wenn, also, sagen wir mal wirklich, du hast eine richtig harte Woche und dann kommen, mein bestes Beispiel ist über Jax als Beispiel, das ist ein Zuschauer von mir, da kommen nur Spitzen. Ey, du könntest ihn auffressen. Du könntest ihn wirklich auffressen. Und dann ist das aber auch, ähm, es ist halt wirklich so, dass, du kannst das nicht noch mitnehmen, so. Du kannst nicht alles aufladen. Das ist wie früher, ganz am Anfang haben Menschen Twitch mehr benutzt als zum Auskotzen. Also so seelisch-moralische Auskotzerei. Das darfst du bei mir im Stream nicht machen. Weil ich kann deinen ganzen Ballast nicht tragen. Überleg mal, ich würde mir jeden Tag von tausend Menschen den emotionalen Ballast anhören. Wie soll das denn funktionieren? Da laufe ich irgendwann lachend in eine Kreissäge und springen vom Balkon runter. Und ich bin ja da, um Menschen zu unterhalten und nicht ihnen, äh, äh, psychische Hilfe zu geben, so. Und das ist nämlich der Punkt, wo du für dich irgendwann eine Grenze ziehen musst, wie weit darf dein Chat und deine Zuschauer in dein Leben rein? Und dieser Punkt, wo mir jemand sagt, warum er nicht was hat, I don't give a fuck, ist mir egal. Weil nur so kannst, nur so kannst du dich davor schützen, dass du nicht wirklich Baller-Baller gehst in der Bärle. Ja, klar. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Du hattest noch zwei, hast du gesagt? Äh, ja. Ich hatte hier nochmal, äh, eine ganz kurze von Stuhlsen. Äh, sieht man, äh, sieht man euch beide zusammen? BF 20, okay, gut, machen wir beide, alles klar. Also, ja, weißt du, das neue Battlefield hat so viele Stolpersteine, warum es vielleicht doch kacke sein kann, wie es vielleicht Punkte hat, wie es mega geil sein kann. Also, wenn, wenn die Beta mal irgendwann startet und ja, es gibt Gerüchte gerade, dass die, dass der Launch verschoben wird. Wenn der Launch verschoben wird, um das Spiel besser zu machen, ist das eine gute Sache. Ja, natürlich wäre es schöner, wenn das Spiel morgen released werden würde und wir könnten es alle zocken. Oder zumindest schon mal die Beta. Hast du die Frage gelesen? Was? Hast du die Frage gelesen? Ob wir zusammen betteln? Ja. Da ist das eine Ja- oder-Nein-Frage. Nein, ich muss das erzählen, das muss raus. Hauptsache, er macht da riesen, okay, all right, let's go. Let's go. Ich bin, ich bin, ich bin bekannt dafür, dass ich sage, ich glaube echt, dass ich so ein bisschen, äh, Legastheniker bin. Wirklich, kein Scheiß. Also, das mache ich auch. Ja, natürlich mache ich das auch und natürlich liest man auch Sachen nicht richtig oder man überfliegt die nur und dann versteht man sie falsch oder sowas. Aber ich glaube, das ohne jetzt, ohne das Böse zu meinen, so, ne, aber also, ich will das auch gar nicht jemandem, der wirklich eine richtige Leseschwäche hat, will ich, damit vergleiche ich mich gar nicht, ne, aber ich glaube schon, dass ich so ein bisschen... Das ist eine Streamerkrankheit. Ist wirklich eine Streamer, ja, das ist eine Streamerkrankheit, weil du jeden Tag tausende Zeilen liest und irgendwann automatisiert das und du liest nicht mehr ganze Sätze. Ja, so, das, äh, kenne ich. Frage, für Amazon läuft das Geschäft mit Twitch nicht mehr so gut? Also, ich glaube, das ist eine hypothetische Frage. Twitch Prime wird abgeschafft. Was tut ihr? Direkt YouTube hier, ne? Also, also, es wird immer ganz gerne so gesagt und nach vorne geschoben, so, ja, Twitch Prime ist der einzige Grund, warum, warum viele Streamer überhaupt noch bei Twitch sind, ne, der Wind wird da rauer und bla und du wirst so oft gebannt und DMCA und so weiter und so fort. Aber bei den anderen Plattformen ist das ja genau das Gleiche. Also, das ist ja, guckt, guckt dir mal Livestreams auf YouTube an, wie sieht's denn da mit Musik überhaupt aus? So, so als erstes. Und YouTube wird natürlich auch weitere Wege der Monetarisierung finden, unabhängig davon, dass es bei Twitch so was wie Werbung laufen lassen während des Streams oder, ne, als, als, ähm, das, das kommt ja jetzt noch mehr, das kommt jetzt noch so ein Ad-Manager rein. Hast du das schon gesehen? Hatte, hatte Drakon gepostet. Kommt so ein Ad-Manager rein, da hast du dann so eine, so eine, so ein, so wie so eine Timeline, so eine Stunde und da kannst du dann sagen, bei welcher Minute soll welche Werbung kommen oder das, wie groß soll Werbung kommen? Was man das so automatisieren kann, ist natürlich Quatsch, weil dann wird die Werbung ja automatisch laufen, was wir jetzt ja auch schon mit Bots machen können, aber, ähm, das ist natürlich kein Feature, was man dann extra, weißt du, boah, Leute, wir müssen das kompensieren, wir müssen jetzt hier, also, eine Viertelstunde kommt jetzt hier Werbung, das ist ja Quatsch. Uninteressant. Auch hier, Adonkel, fuck. Also, wenn's, wenn's, wenn's so weit ist, Maga wird gekurbelt und gemacht und wenn's nicht geht, geht's nicht, wenn's geht, geht's. Twitch Prime, die Erfindung von Twitch Prime war sowieso die größte Scheiße für alle Streamer. Das war die größte, das war die größte Scheiße für alle Streamer, weil du jeden Monat jeden battlen musst, dass er dir seinen Scheiß Twitch Prime gibt. Es war, damals war es entspannter, ja, wir verdienen alle viel mehr Geld, aber es hat viel mehr psychische Probleme mitgebracht, als irgendwas Positives. Für den Zuschauer ist das prima, dass der das machen kann, wirklich, aber für Streamer, du musst halt jeden Monat musst du jeden anbetteln, ey, gib mir mal deinen Twitch Prime, gib mir mal dies, gib mir mal jenes und mittlerweile hat sich das so sehr eingebürgert, dass Zuschauer kaum noch von sich aus das machen, sondern sie möchten gerne dazu hingetragen werden, ihren monatlichen Primes, ob der so unglaublich besonders ist, in deinen Stream reinzuhauen und ich mir dann immer denke, können wir nicht alle mal einfach die dämliche Fresse halten und wieder Content machen und nicht alle fünf Minuten sagen, dass Twitch Prime mehrkostenfrei ist und du ein Streamer deiner Wahl jeden Monat einmal kostenfrei unterstützen kannst. Brudi, es ist halt einfach belastend. Soll ich dir was sagen? Ich bin auch ein Erfolgsverweigerer, ich glaube, ich sage das mal versehentlich, weil es im Chat steht oder so. Ich mache das gar nicht. Also außer mein Chat sagt mir jetzt, du lügst, aber ich, also ich jetzt. Für Streamer ist das halt wirklich einfach so eine schwankende Zahl geworden, dass keine Ahnung. Es ist einfach schwierig, finde ich. Natürlich ist es schön, wie gesagt, wir verdienen alle damit Geld, aber es ist halt noch eine weitere psychische Belastung, wodurch immer noch mehr schwankt quasi. Also bei mir war das bisher immer so, dass meine Twitch Primes waren ungefähr immer so Pi mal Auge so genauso viele wie T1 Subs. So, ne? Also wie die Bezahl Subs so immer sind. Bei mir war das nie so, dass Prime Subs so exorbitant viel waren. Das ist jetzt halt eher so, dass man mal Monate hat, wie jetzt zum Beispiel in September, dass dann die größte Gruppe sind die Gift Subs als Beispiel und danach kommen dann erst die anderen beiden, die sich dann so 50-50 teilen. Aber also wenn die Frage lautet, Twitch Prime gibt es von heute auf morgen nicht mehr, das wird eingestampft aus Gründen, dann wird sich erstmal bei mir auch nicht so viel ändern, außer, ja, dass man guckt, was kommt jetzt überhaupt rein und was passiert überhaupt danach und ja, wiederum auf der anderen Seite. Weißt du, was ich auch schwierig finde? Das ist jetzt keine wissenschaftliche Feststellung, aber du hast vorhin gesagt, das Gehama dann im Social Media Bereich, wenn sowas von Twitch geändert wird oder wenn solche Sachen kommen, das ist, das findet ja immer statt. Berechtigt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber da sind dann auch oft Menschen dann dabei, die dann halt auch in ihrer teilweise kleinen Traumwelt unterwegs sind und auch keinen Bock haben als Streamer, Streamerin, Streamerinnen, 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 ich lerne das noch, dann auch mal vielleicht den einen oder anderen Werbepartner anzunehmen, weil man da keinen Bock drauf hat oder so. Also ich habe das schon öfter mitbekommen und ich muss jetzt auch nicht sagen, man muss jeden Scheiß an Werbung irgendwie mitmachen, nur damit ein bisschen Kohle reinkommt. Dann bist du auf der einen Seite unglaubwürdig und auf der anderen Seite besteht dein Content nur noch aus Werbung, hat keiner Bock drauf. Müssen wir nicht drüber reden. Aber gerade aus der Richtung finde ich das dann immer ein bisschen schwierig. Da bist du auf der einen Seite vielleicht mal ein bisschen zu verwöhnt vom Erfolg, dass deine Zahlen gut aussehen, dass dir viele Leute Geld in den Arsch pusten und dann ändert sich was und es ändert sich immer was. Es wird sich immer was ändern. Das ist das Einzige, was konstant ist, dass sich Sachen immer ändern. Irgendwann gibt es Twitch nicht mehr. Irgendwann gibt es Twitch Prime nicht mehr. Irgendwann gibt es, keine Ahnung, U-Twitch oder U-Twee, keine Ahnung, ja. Und damit musst du halt klarkommen. I don't know. Also verstehe mich jetzt nicht falsch, weil ich das gerade so wahrnehme. Twitch Prime ist natürlich nicht nur schlecht. Das habe ich ja gesagt. Also natürlich verdienen einige damit mehr Geld. Es ist aber der psychische Aspekt und mit diesem ganzen Aspekt ist ja auch das Ganze geboren. Vielleicht bin ich aber auch einfach zu alt dafür, dass mir das einfach mittlerweile auf den Keks geht. Also nicht, dass ich eure Twitch Primes nicht mag, das will ich damit nicht sagen, aber dieses... Ah, die Zeit. Gut. Da führen wir vielleicht morgen nochmal aus, ein bisschen ausführlicher, dann können wir uns da ein bisschen länger drüber dahin. Hast du noch was? Ja, was ähnliches, was wir schon hatten. Wenn wir schon bei Urlaubs und Urlaubszielen waren, habt ihr allgemein noch irgendwelche Ziele, die ihr erreichen wollt? Privat slash beruflich. Soll ich anfangen? Ja. Also, ich habe erst eine Lehre gemacht, dann habe ich in diesem... Nee, stimmt gar nicht. Erst habe ich sogar einen schulischen Lauf... Hast du richtig gelesen, was da steht? Ja, habe ich, aber ich muss ein bisschen ausholen, sonst macht das keinen Sinn. Ah, okay. Ich habe erst eine schulische Laufbahn angefangen, dann bin ich in den handwerklichen Bereich gegangen und habe ich insgesamt neun Jahre in diesem Bereich gearbeitet. Dann bin ich abgeschert in den selbstständigen Bereich und habe damit auch sehr viel Spaß gehabt. Ich habe auch mal eine kurze Zeit lang auch mal ein bisschen mehr Geld in dem Bereich verdient, weil es einfach auch lukrativ war und legal, muss man auch mal heute ja noch dazu sagen. Also nichts Verbotenes oder so. Und da habe ich auch in der Zeit, habe ich dann auch ganz, ganz fies gemerkt, dass Sachen sich verändern und deshalb dementsprechend, man kann sich auf so Sachen nicht verlassen, also nur, wenn man das gerne hätte, so in der Richtung. Und meine beruflichen Ziele oder allgemein meine Ziele so bestehen darin, dass ich vor diesem Wandel und diesem Wechsel auch keine Angst habe. Und ich plane jetzt nicht sowas wie die perfekte Exit-Strategie auf Twitch, aber ich habe natürlich gewisse Ideen im Kopf, was ich denn eigentlich dann nach Twitch so machen kann. Ich habe nicht in meinem Kopf, wie das vielleicht viele junge Menschen haben, die jetzt mit Twitch so während ihrer Schulzeit auf einmal Geld verdienen und mehr vielleicht sogar als in ihrem Job so, dass das so ewig weitergeht, sondern mir ist schon durchaus bewusst, dass das ganz klar die letzten Jahre so bis zu einem gewissen Punkt gewachsen ist und dass es auch irgendwann wieder magerer wird und abnimmt. Und ich beschäftige mich relativ viel damit in meiner freien Zeit, wie das dann vielleicht weitergeht oder nicht weitergehen könnte oder was man dann machen kann, wie vorhin schon gesagt, dass man vielleicht nochmal für eine Firma arbeitet oder in welche Bereiche das da so geht. Und das verschlingt echt viel von meiner Freizeit, mir darüber Gedanken zu machen. So, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, solange es Spaß macht und solange ich das finanzieren kann und auch Bock drauf habe natürlich, dass man hier in dem Streaming weiter drin hängt, weil das macht halt Spaß. Das ist auch cool. Natürlich ist das geil, wenn du am PC sitzt und du hast Leute, mit denen du quatschen kannst und die finanzieren den ganzen Spaß sogar noch. Ich meine, hallo? Geil, was ist das denn? Also meine Ziele beziehen sich jetzt eher so darauf, um Sachen zukunftssicher zu machen. Klingt ein bisschen langweilig, aber damit beschäftige ich mich halt. Ich hätte gerne sehr stabile Beziehungen. Ich würde gerne heiraten. Ich möchte ein Kind haben. Ich möchte ein Haus an der Ostsee irgendwo im Wald in Skandinavien haben. Ich möchte gerne eine Firma haben mit Angestellten, wo meine Freunde arbeiten, die eine gesicherte Zukunft haben. Und ansonsten nach mir die sind es gut. Das sind meine Ziele. Damit wäre alles gesagt. Ja. Ich fasse das extra sehr kurz. Weil da könnte man eine Stunde drüber reden. Da kann man eine Stunde drüber reden. Das ist richtig. Also nach mir die Sinnflut heißt übrigens nicht, dass mir alles scheißegal ist, was draußen in der Gesellschaft oder auf unserem Planeten passiert, sondern nach mir die Sinnflut im Sinne von Punkt. Fertig. Hast du noch eine Frage? Ja. Oh oh. Das klingt so... Nein, nein. Das klingt so angeschränkt. Späte Frage eventuell. Hattet ihr mal Angst, euch öffentlich zu einem Fandom-Gruppeoffenen als Teil davon zu outen, weil man diese ohne Grund extremem Hass entgegenstellt? Kurze Antwort. Nein. Aber ich verstehe, dass es in verschiedenen Bereichen, Fandoms, whatever, ob du jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel den Namen Daddl-Junkie lese, dann habe ich in meinem Kopf immer so einen kleinen Furry im Kopf. Und das sind auch bestimmt total nette Leute und Menschen, die nicht von der Gesellschaft verstanden werden oder warum sie was machen oder so. Keine Ahnung, wenn es in diese Richtung so geht. Und ich verstehe das, dass wenn man sich in der Öffentlichkeit bewegt, dass man für alles irgendwie ausgelacht werden kann oder beleidigt sogar. Und ich verstehe auch, dass manche Sachen vielleicht in einem privaten Umfeld einfacher zu teilen sind und dementsprechend man sich eben nicht diesem Licht aussetzt. Daddl, ich habe dich genannt, weil ich von dir andauernd höre und sehe, dass du das total gut findest. Okay, ich glaube, heute gebe ich sehr reißerische Antworten. Also neun Jahre Internet und Stream und Arschpulerei von meinen Zuschauern haben mir so sehr das Ego aufgeplüstert, dass mir eigentlich wirklich und das meine ich auch ernst, mir ist das auch scheißegal. Wenn mich einer hassen will, dann soll er das tun. Ja, dir ist das scheißegal. Mir sind auch 99% der Sachen, die mich betreffen, scheißegal. Aber ich kann absolut verstehen, dass wenn jemand, Ja, die Frage ging ja direkt an uns. Ja. So. Also wenn jemand das macht, kann ich das verstehen. Aber es ist ja auch nicht jeder Mensch gleich und hat dieselbe gleiche Psyche slash Charakter. Wenn die Frage an mich geht, mir ist das egal. Ich kann euch meine Lieblingsporno-Darstellerin, Pornodarstellerin sagen oder was auch immer ich mir für eine Scheiße in meiner Freizeit reinziehe. Ist mir egal. Und wenn mich jemand dafür verurteilen will oder hassen will, soll er das tun. Ich bin mit Stay befreundet, Chad. Seit neun Jahren. Ich hab alles mitgemacht. Ich, alles. Hab alles mitgemacht. Also wenn einer Hass mitgemacht hat, Prost Mahlzeit, here we go. Ich bin da. Soviel kannst du mich gar nicht hassen. Soviel kannst du mich gar nicht hassen. Dass andere Menschen das machen, verstehe ich. Ich find's halt krass, wie viel Energie und Aufwand Leute betreiben, um Dinge, die sie nicht verstehen, halt schlecht zu finden. Das find ich, das find ich sehr erschreckend. Und das find ich auch sehr, wir hatten vorhin, wir hatten vorhin das Thema Homosexualität, lesbische Beziehungen und sowas ganz kurz, nur ganz kurz an der Oberfläche gekratzt. auch darüber könnte man jetzt weit über eine Stunde reden und ja. Ich glaube, also das muss jeder, ganz ehrlich, jeder Mensch muss das für sich selber entscheiden. Es ist immer, also was mir halt immer sehr viel geholfen hat, für mich selber, ist reflektieren. In den Spiegel gucken und dich wirklich diese Frage, diese Frage dir selber stellen, geht das oder geht das nicht? Man muss mit sich selber darüber reden und wenn das nicht geht, muss man sich halt Hilfe holen. Also gerade, wenn man jetzt bei solchen Dingen irgendwie Angst hat oder so, weil, also ich denke, dass das Internet und irgendeinem Bleppo-Streamer nicht die richtige Adresse ist, um schwierig zu gehen. Stimmt schon. Also eine einfache Antwort dazu wäre jetzt zum Beispiel, wenn du, sagen wir mal, in einer relativ kleinen Gemeinschaft aufgewachsen bist, in meinem Fall jetzt in einer dörflichen Gemeinschaft oder sowas, dann verstehe ich, dass diese dörfliche, eher alte Gemeinschaft halt mit sehr modernen Themen, egal in welchem Bereich das so geht, total überfordert wäre oder ist, ja. Aber die Zeiten ändern sich natürlich auch und dann ist es egal, in welchem Bereich das halt irgendwie geht und wenn einer ein Problem wird, das ist halt sein Problem. Und ich bin auch in dieser dörflichen Gemeinschaft bin ich auch sehr positiv überrascht gewesen, wie akzeptiert gedacht wird. Das hätte ich damals nicht gedacht. Aber ja, ich würde das, was du sagst, 100% unterschreiben. Also da ist glaube ich, ich glaube, ich halte mich da auch nicht für fähig, da eine gute Auskunft zu geben. Also wenn die Frage an mich geht, mir wäre es egal, aber ich habe halt auch hier, meine Nachbarn wissen, ich glaube, meine Nachbarn denken, ich mache Pornos, glaube ich echt, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, und das ist mir egal, weißt du, also meine direkten Nachbarn wissen das, die waren ja auch schon mal hier bei meinem Nachbarn Einzug und so, wir haben schon mal auf meinem Balkon gestanden, alle hatten so ein kleines Säckchen dabei und ich so einen kleinen Ohrsaft, ein bisschen gequatscht so darüber und dann hing hier dieser fette Greenscreen und die Kameras und Beleuchtung und die stehen dann alle so und die standen dann hier so, sag mal, was machst du denn hier? Und ich sage, ja, das hat sowas mit Marketing zu tun und so weiter und ich glaube, die haben halt geguckt, ob die hier so ein Bett finden, weißt du, oder so eine Matratz, wo man halt spielen kann und ich habe gesagt, das hat doch was mit Gaming zu tun hier, also, ach so, ja, wie verdienst du dein Geld? Wie viel Zeit hast du? So halt, das Übliche. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, nicht mal meine Familie versteht, was hier, wie das, was hier abläuft und was so passiert. Checken die nicht. Glaube ich nicht. Ist okay. Ist völlig okay. Dann ist das so. Dann ist das so. Ja, und meine Nachbarn, ganz ehrlich, solange da keiner hinter meinem Rücken irgendeinen Scheiß über mich erzählt, ist mir das auch relativ egal. Und das sage ich, weil das in meiner, in der alten, also in dem Ort, in dem ich vorher gewohnt habe, da wurde nach dem Auszug, wurde sich das Maul zerrissen und ich habe das halt mitbekommen oder wir haben das halt mitbekommen und haben nochmal jemanden angesprochen. Das war sehr unangenehm, die Situation. Das ist mir auch egal. Das wäre mir auch egal. Ich habe noch ein ganz, ganz spätes Ding. Mir sind so viele Dinge im Alter egal geworden. Also. Absolut späte Frage. Würdet ihr für Familie, Kinder das Streamen aufgeben und einen alternativen Beruf suchen? Möchtest du eine richtige Antwort haben? Ich gebe mal eine richtige Antwort, okay? Es gibt für alle Probleme eine Lösung. Und da möchte ich auch daran festhalten, auch wenn das nicht zu 100% stimmt und auch nicht zu 100% zutrifft. Wenn ich ein Kind haben sollte, mit einer bezaubernden Frau an meiner Seite, sage ich jetzt einfach mal, oder Mann, weiß ich ja nicht, kann ja immer mal passieren, oder Slash D, weiß ich auch noch nicht. Damit wir nicht die atypischen Beispiele nehmen, gibt es immer eine Lösung. Und meinen Traum, für den ich viele Jahre gearbeitet habe und sehr hart gearbeitet habe, würde ich nicht aufgeben. Nee. Außerdem, ganz ehrlich, würde ich nicht mal den Grund verstehen, warum ich das tun sollte, weil ich, sage ich mal, glaube ich, ein gutes Durchschnittsgehalt verdiene und damit gemeinsam mit der Frau, wenn wir jetzt stereotypisch nehmen, ein Kind, glaube ich, in einem sehr guten Verhältnis oder in sehr guten Umständen aufwachsen lassen könnte. Also diese Frage ist eigentlich unnötig. Also unnötig im Sinne von, ist sehr fiktiv. Wenn ich es machen würde und müsste, ist das überhaupt gar keine Frage, weil für mich persönlich ist das Wohl meines Kindes und der Frau slash Freundin und wieder nicht, also stereotypisch ist für mich Priorität Nummer eins. So bin ich aufgewachsen. Also meine ich das nicht, dass die Frau nur am Herd steht und alles in Arsch geblasen kriegt, aber den beiden soll es, wenn dann, immer gut gehen und wenn es von Nöten wäre, wäre, steht das nicht zur Debatte. Man kann aber auch beides machen. Das ist vielleicht ein bisschen anstrengend, aber wenn man etwas möchte oder wenn, um mir jetzt nicht wieder Propaganda zu machen, wenn ich das möchte, dann bekomme ich das schon hin. Also, wenn die Frage daraus, daher rührt, dass, hey, ich zocke ganz gerne, aber meine Familie findet das total scheiße und meine Frau macht mir das Leben zur Hölle, weil ich so viel Zeit vorm Computer sitze, wenn man das aus der Richtung so beleuchtet, wenn du eine neue Beziehung anfängst und du bist von vornherein offen und du hast, und das ist kein Geheimnis, dass du halt gerne Zeit im Internet, im PC oder mit Online-Communities und Freunden halt da verbringst, was sollte dagegen sprechen? So, also warum sollte man, warum sollte man das rausgehen? Und Willraum auf der anderen Seite, wie gut tut dir jemand, der das, woran du Spaß hast, einfach verbieten möchte und möchte dich halt verbiegen so die Richtung, so weiß ich nicht, also damit habe ich in der Vergangenheit für mich, in meinem Bereich, schlechte Erfahrungen gemacht. Diese Beziehungen haben auch nie wirklich lange gehalten. Da hat jemand eine andere Vorstellung von der Beziehung, von uns, von mir gehabt und hat das dann versucht, irgendwie zu verbiegen und hat sich dann später gewundert, dass ich nicht mehr so bin, wie man sich kennengelernt hat am Anfang so, aber das ist dann auch wieder so, keine Ahnung, das ist so ein bisschen Hollywood-Denken eigentlich, so weißt du, dieses so beziehungsmäßig, aber also am Ende des Tages, am Ende des Tages, wenn du halt irgendwie merkst, also wir gehen jetzt mal von dem Worst Case aus, sagen wir mal, du bist ein netter Dude und du hast deinen Partner, Partnerinnen, Partner, innen kennengelernt und ihr habt ein, habt ein gemeinsames Kind oder seid dazugekommen, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das politisch korrekt am besten ausdrücken soll, und du verdienst mit deinem Streaming, obwohl du es total gerne machst und du hast die beste Community auf der Welt und die schieben schon so gut es geht, aber es reicht halt vorne und hinten nicht, ja, dann sind wir wieder beim Punkt von vorhin, was gar nichts mit der Familie zu tun hat, wenn du es dir nicht leisten kannst, davon deinen Lebensunterhalt zu bestreiten, dann wird es vielleicht Zeit für eine alternative Möglichkeit, also aka Geld verdienen im Sinne von Beruf ausüben zu machen. Aber das ist auch ein Minenfeld, darüber zu sprechen, ehrlich gesagt. Ich möchte noch mal ganz kurz was hinterher schieben auf deinen, was du in den Fall, das kommt mir auch gerade in die Richtung, die du gegangen bist. Ganz ehrlich, wenn du deinen Lachs butterst in einer Frau, die deinen Job nicht akzeptiert und du da ein Kind reinmachst, Mager, dann hast du auf jeden Fall in deinem Leben richtig was falsch gemacht, weil dann hast du bei fucking Verhütung nicht aufgepasst. Weil ganz ehrlich, wenn du jemanden einen Braten in die Röhre schiebst und ich nenne das jetzt einfach mal so, weiß ich nicht, ob das politisch korrekt ist, wenn du jemanden einen Braten in die Röhre schiebst, solltest du dir aber ganz, ganz, ganz verfickte Scheiße sicher sein, dass du mit dem, mit der Partnerin das alles cool ist, dass sie sich so, dass sie oder er oder der dich so liebt, wie du bist, sowohl als auch. Alles andere, da hast du Bio wirklich verkackt, Alter, da hast du deinen Job als, als, als intelligentes Individuum hast du verkackt und das geht nämlich bei Verhütung und Verhütung ist nicht nur Frau schmeißt Pille ein, sondern du schmeißt den Gummi drüber und ganz ehrlich, dann steht sowas auch überhaupt nicht zur Debatte, ob du streamen darfst oder nicht, weil, weil die Frage ist für mich so, du darfst streamen oder du darfst nicht, weil deine Frau dir das verbietet. Wenn deine Frau dir das verbietet, hast du, sag ich ganz ehrlich, klippklar, so wie es ist, hast du einfach falsche Frau. Da kannst du, die Beziehung kannst du löschen gehen. Das meine ich mit Minenfeld, weil es bei mir gerade schon im Chat steht Minenfeld. Das meine ich damit so, ne? Auf der einen Seite, können wir jetzt hier über eine fiktive Situation sprechen, aber jede Situation, gerade in solchen, wenn es um Beziehungen geht oder wenn da noch Dritte involviert sind, aka Kinder, ja, das ist ein wirkliches Minenfeld, darüber zu reden, weil du kannst keine allgemein gültige Aussage dazu treffen, aber am Ende des Tages nicht jeder, der studieren gehen kann, kann sich das auch leisten und ich meine, man kann sich ja auseinander leben so, das ist ja ein anderes Beispiel, ne? Aber wenn du in einer Beziehung lebst und du liebst dich, dann bist du doch zu dem Punkt hingekommen, wo du dich dazu entschlossen hast, ein Kind zu machen, dass du auf Verhütung verzichtest und an diesem Punkt musst dir doch klar sein, musst dir vornherein schon klar sein, das kann Konsequenzen haben und diese Konsequenz sollte einem doch im Klaren sein, als, möchte ich mal sagen, Mensch mit ein bisschen Verstand und wenn dir das klar ist, dann steht doch deine Partnerin nicht da oder der Partnerin nicht da und sagt dir, du magst, dream darfst du jetzt nicht mehr. Hä? Was? Was ist? Hä? Wie? Ich meine, wenn das Kind jetzt, sag ich mal, darunter zu kurz kommt oder deine Frau zu kurz kommt, das ist schon wieder ein ganz anderer Schnack. Das ist ein super, das ist, also das sind Themen, die du aufmachst, da gehst du von eins ins andere. Wenn du natürlich deiner Frau und deinem Kind, ich stehe typisch, Entschuldigung, Partnerin und deinem Kind nicht genug Zeit aufbringst, weil du den ganzen Tag nur vor der Hütte hängst, dann ist das wieder ein anderer Schnack. Das ist dann wieder Work-Life-Balance, aber das ist auch eine andere Frage. Das heißt ja nicht, dass du auf einmal aufhören sollst zu streamen, weil du zu wenig Knete verdienst oder so. Wenn du jetzt natürlich streamst den ganzen Tag und sagst deiner Frau Partnerin, du wirst der große Banger, du wirst der nächste Monte und du sagst, gib mir mal drei, vier Monate Zeit, das ist natürlich auch bescheuert, weil es muss ja natürlich irgendwo ein bisschen Cashflow reinkommen, damit Partnerin und Kind lebt. Und nee, das ist kein Minenfeld. Für mich ist es kein Minenfeld, sondern einfach nur normales, menschliches Denken. Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe absolut, was du meinst. Wir reden da auch die gleiche Sprache und in derselben Richtung. Kurz noch nachgeschoben, ist halt immer die Frage, ob man als Streamer die Zeit so strukturieren kann, war eine Frage, weil ich es mir schwer vorstellen kann. Ja, wenn du, sagen wir mal, du bist, sag mal, du machst YouTube-Videos. Kannst du mal einblenden. Ich sehe die gerade nicht. Ja, ich sehe es auch gerade nicht. Sekunde. Okay. Zack. Und so. Also, die Sache mit Struktur reinbringen, ich glaube, es wäre einfacher, wenn man nur YouTube-Videos produziert. Je nachdem, was du machst und was für deinen Content du für YouTube produzierst und hochlädst. Es gibt Leute, die schneiden tagelang an Videos und es gibt Leute, die nehmen halt ein React-Video auf, nicht böse gemeint und das hat hunderttausend Aufrufe und weißt du, also einfacher Content halt, das meine ich damit. So und beim Streamen hast du halt eben nicht den Luxus, dass du, also gefühlt hast, hast du beim Streamen nicht den Luxus, dir die Zeit frei auszuwählen, zu wählen, sondern der eine, der eine ist halt sehr erfolgreich dadurch, dass er eher so in den Abendstunden live ist, der andere eher tagsüber, der andere eher vielleicht ganz früh morgens, so, keine Ahnung. Aber du kannst es dir halt nicht unbedingt frei aussuchen oder anders gesagt. Wie Dizzy gerade schon sagte, bei, wenn du dir mal eben so das Recht rausnimmst zu sagen, so, ja, pass mal auf, ich gebe da drei Monate Vollgas und dann läuft der Lack so, ne? So funktioniert das halt nicht, ne? Es wird Leute geben, die sind in drei Monaten unfassbar stark gewachsen, aber nicht, weil sie an der magischen Zuschauerkurve gedreht haben, jeden Acht, ja, und dann sind nächstes Mal mehr Leute da reingekommen, sondern weil die halt irgendwie einfach zum richtigen Zeitpunkt in dem richtigen Ort waren und haben die richtigen Knöpfe gedrückt. Fertig. Also, ich bringe mal ein kurzes Beispiel diesbezüglich, weil Streamer können machen, was sie wollen. Charakter, Charakter-Streamer können machen, was sie wollen. Das beste Beispiel ist, Stay kann morgens um neun streamen, der kann abends um zehn streamen oder der kann um fucking sechzehn Uhr streamen, weil die Zuschauer den immer sehen wollen. Und Monte kann das auch. Monte kann das auch. Wenn du ein Streamer bist, der, sag ich mal, charakterlich genug Leute pullt, kannst du machen, was du willst. Und wenn du an dem Punkt bist, dann bist du auch an dem Punkt, wo du genug Zaster verdienst, dass du nicht irgendwas machen musst. Und ganz ehrlich, wenn du ein Mensch mit Rückbrat bist und sagst zu deinem Chat, Jungs, Mädels, ZuschauerInnen, tut mir leid, ich hab ein Kind gekriegt, Kind hat Priorität, wir müssen das hier ein bisschen rumschiften, kriegen wir das gemeinsam hin, dann wird dein Chat sagen, alles klar, Digi, wir sehen uns, wir sehen uns im Wort und wenn es mal wieder geht, sagst du einfach Bescheid. Und dann ist das Thema gegessen. Weil deine Zuschauer werden hundertprozentig verstehen, sag ich mal, wenn du nicht unbedingt 14-Jährige hast oder 12-Jährige, dass du einfach mal ein Kind hast und eine Frau. Stereotypische Beziehung. Du kannst dir alles einteilen, wie du willst. Es ist halt eine Frage, wie du das kommunizierst mit deinem Chat. Also Kommunikation ist ja der Key. Erstmal redest du mit deiner Partnerin, mit deinem Kind vielleicht nicht unbedingt und dann nicht hundertprozentig, never. guck dir die Streamer an, die machen an, wann sie wollen. Du kannst machen, was du willst. Ist wirklich so. Ich hab schon abends gestreamt, ich hab morgens gestreamt, ich hab mittags gestreamt und da ist der Grundkern der Zuschauer immer da. Also ich seh das bei mir, dass ich gerade in den Abendstunden deutlich, 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 deutlich weniger Menschen bei mir im Stream blicken lassen. Was ich natürlich unter anderem auch darauf zurückführe, dass gerade auch in den letzten Jahren eher so der Altersdurchschnitt bei mir stark gewachsen ist und ich eher so den typischen Menschen mit Familie, mit festem Job oder mit vielleicht auch natürlich auch Schichtarbeit oder so. Ich hab ja auch gelernt, dass es sehr viele Schichtarbeitende Menschen gibt. Deshalb, Entschuldigung, wenn ich das vorher nie so erwähnt habe, aber in meinem Job gab es das so nicht. Und ich hab für mich festgestellt, das haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, meine bessere Zeit für mich, für alles, für eine bessere Work-Life-Balance bei mir ist halt, dass ich in den Abendstunden eher nicht live bin und dafür aber auch viel mehr früher, morgens und vormittags am Start bin, auch speziell am Wochenende. Und das wäre eine Sache gewesen, vor fünf Jahren hätte, wenn du mir gesagt hättest, Alex, mach mal hier Samstag, Sonntag um 8 Uhr an, hätte ich gesagt so, ich bin doch nicht selbstständig, damit ich am Wochenende um 8 Uhr aufstehe, bis du noch klopp. Und heute denke ich mir nur so, klar, kein Problem, easy, weil dann habe ich halt in der Woche meinen Puffer, in dem ich dann schieben kann und auch mal sagen kann, hier, heute geht nicht. So die Ecke. Aber am Ende des Tages, ich habe auch noch nie die Eier gehabt zu sagen, ja, alles klar, wir waren jetzt drei Stunden live, wir sehen uns dann vielleicht heute Abend noch mal wieder, ansonsten dann morgen oder übermorgen, weil das ist dann auch diese Hochnäsigkeit, die einem dann schnell so mal auch super ernst, also, ne, das Genick brechen kann oder dir. Finde ich gar nicht. Ich habe es mir noch nicht getraut, bin ich ganz ehrlich, bin ich ganz ehrlich. Ich habe letzte Woche, war alles scheiße, ich habe dreieinhalb Stunden geschrieben, ich sage, Chad, tut mir leid, heute kommt da einfach nichts Sinnvolles bei rum. Sorry, ey, wirklich, keiner hat einen Mehrwert davon. Und dann habe ich die Kiste ausgemacht, hat Chad auch gesagt, weißt du was, ist besser, finde ich gut. Dann kommst du morgen, mal gestern vielleicht ein bisschen übermüdet und ich habe dann auch, also, dann irgendwann recht abrupt ausgemacht, aber natürlich vorher so halb mit Ansage. Und ich muss das für mich auch, ganz ehrlich gesagt, noch lernen, dass wenn ich bei mir mal merke, dass es an einem Tag vielleicht sinnvoller wäre, die Kiste dann auszumachen, die Kiste auszumachen und dann mal was für mich zu tun oder mal in die frische Luft gehen, solche Sachen. Das muss ich, ganz klar, da fehlt mir so, da fehlt mir so diese Selbstkontrolle und warum. Also, ich kann das für mich sogar erklären. Ich denke, das liegt daran, dass ich halt in einem Handwerk gelernt habe und da muss der Job gemacht werden. Wenn es nicht fertig ist, du musst es fertig machen. Ja, die Einstellung hatte ich früher auch, aber, sobald du offline bist, heißt das ja nicht, dass du nichts machst. Ja, natürlich nicht. Naja, siehst du, also arbeitest du ja trotzdem. Also, ganz ehrlich, für mich, was ich dieses Jahr festgestellt habe und ich, also ich hoffe mal, mein Chat wird mir da beipflichten, ich habe dieses Jahr wirklich gelernt, wenn, ich hatte, letzte Woche zum Beispiel, habe ich so viel zu tun gehabt, dass ich einfach irgendwann leicht reizbar war. Und sobald ich das merke, sage ich einfach, Chat will sie, weiß ich bin morgen nicht da. Sorry, ich muss Luft holen, muss atmen, Luft muss an den Kopf ran, ich muss mal zur Ruhe kommen und dann mache ich das. Weil das Ding ist halt, wir sind auch keine Scheißmaschinen. Und selbst, wenn wir einen 9-to-5-Job haben, mit unserer Streamingzeit, heißt das ja nicht, dass du nebenbei nicht auch noch was machst. Wenn du denn bis in der Nacht da sitzt oder für Discord irgendwelche Rennen organisiert, dann musst du hier noch schnell am PC was schrauben, da noch irgendwas machen. Das geht ja auch nicht an einem vorbei. Oder weiß ich, deine, äh, weiß ich, dein Steuerberater kommt einfach mal so, äh, Kamikaze in deine E-Mails rein und der will dann mal dies noch haben und das noch haben. So, und wenn du jetzt, sag ich mal, morgens um 8 aufstehst, bei mir zum Beispiel morgens um 8 und du schaffst das einfach bis um 12, nicht? Und du bist eigentlich schon full tilt, weil alles nicht läuft. Na, da brauche ich doch einen Stream nicht anmachen, full tilt. Ey gut, full tilt gehe ich jetzt nicht mehr live. Das, das hätte ich, das, das würde ich dann auch nicht machen. Ich merke es meistens von meiner Mentalität her erst irgendwie, wenn, wenn, wenn ich dann so merke, dass ich total dünnhäutig bin. Ich habe solche Tage. Ja. Chat wird mir beistimmen. Hab ich auch. Einfach alles in den falschen Hals kriege oder so. Oder ich habe vor ein paar Tagen, war ich auch einfach nicht ganz sicher, bin ich jetzt krank oder nicht? So, das fühlte sich total komisch an, grippig an und dann habe ich mich noch so über den Tag geschleppt, aber es ging. So, und dann ging es nicht. Ja gut, das mache ich auch so. Krank sein ist für mich, naja, gibt es bei mir halt einfach nicht. Aber, wenn ich mental nicht die Stärke habe, das über die Bühne zu bringen, dann mache ich das einfach nicht mehr. Weil, ganz ehrlich, ich saß hier so, wie es ist. Ich habe die ganzen Jahre, als ich das gemacht habe und ich wollte immer dieser, dieser eine Vorbild-Streamer sein und immer der Streamer sein, der am meisten macht. Davon kannst du dir einen Scheißdreck kaufen. Deine Zuschauer gehen nachher weg, weil sie einfach gar keine Lust haben, ständig jemanden zu sehen, der wegen jedem Scheiß an die Decke geht, irgendwelche, weil wenn ich mir überlege, was ich damals für bescheuerte Verbote ausgesprochen habe, was Leute nicht mehr durften, damit ich nicht mehr tilte, weil ich einfach sieben Tage die Woche durchgestreamt habe und jeden Tag zehn Stunden. Das ist total bescheuert. Du kommst, du kannst ja gar nicht zur Ruhe kommen. Wie willst du zur Ruhe kommen? Oder jetzt zum Beispiel, ich sitze hier abends nach dem Stream, sitze ich hier nicht mehr. Ich gehe einfach raus. Keine Zwinker-Smilies gibt es heute übrigens immer noch nicht, weil ich hasse diese Dinger wie die Pesten. Aber ich mache meinen Shit jetzt vormittags und abends habe ich halt meine Ruhe. So, weil du musst ja auch irgendwann mal, meine Fresse, du musst ja halt auch irgendwann mal von dem Scheiß runterkommen. Und wenn du von dem Scheiß nicht runterkommst, dann schläfst du nicht vernünftig, dann hast du nur Kacke im Kopf und dann bist du wegen jedem Scheiß angepisst. Und wenn du dann einfach einen Tag hast, wo du sagst, ey, sorry, Chat, ich bin heute einfach nicht da, jeder Arbeitnehmer kann einfach sagen, ich bin krank, muss keinen gelben Schein abgeben, wenn er sich nicht fühlt. Natürlich ist es nicht geil, das will ich nicht sagen, aber man ist ja trotzdem danach immer noch beschäftigt. Weil man dann halt Kleinkram erledigt oder fast immer noch liegen geblieben ist auf irgendwelchen To-Do-Listen, E-Mails schreiben und den ganzen Shit. Das vergessen halt Menschen, halt Streamer. Und ganz ehrlich, ich glaube 2021, meine Fresse, das geht mir richtig auf den Sack, 2021 ist, glaube ich, auch das Jahr, wo viele Leute endlich mal verstanden haben, dass Mental Health, einfach mal nicht irgendein dummer Müsli-Riegel aus dem Edeka ist oder so, sondern halt wirklich verstanden haben, ey, fuck, ich muss ja wirklich mal auf mich achten. Deswegen, ey, ganz ehrlich, Alex, und wenn du nach einer halben Stunde sagst, nach dem Intro, ey, ich hab keinen Bock, der Maus. Oder bei mir, wenn der Rechner abschmiert und ich hab schlechte Laune und passiert vielleicht noch ein zweites Mal, sag ich, ey, Chat, sorry, ich bin heute einfach nicht mehr lustig drauf, mach ich feiern. Mach doch einfach. Ist doch nicht schlimm. So Hardwarefehler oder solche Sachen, die bringen mich sofort raus. Ich auch. Also da bin ich sofort tilt. Ich auch. Aber mittlerweile, dadurch, dass ich mir mehr Zeit nehme, für mich, stört mich das nicht mehr. Dann sag ich einfach, ey, sorry, es tut mir leid, ich kann's jetzt nicht ändern, ich versuch's zu beheben. Aber dann ist es einfach so. Dann ist es so. Und wenn du keinen Tag hast, wo du dich nicht fühlst, dann hast du einfach keinen Tag, wo du dich nicht fühlst. Und da ist auch überhaupt nichts Schlimmes dabei. Ganz ehrlich, wenn du das mehr machen würdest, wirst du damit weiterkommen. Weil du einfach im Kopf mehr atmen kannst. Mehr Energie in deiner Rübe. Und mir hilft das ungemein. Und mir nimmt das keiner übel. Ich hab dadurch mehr Zuschauer gekriegt. Ich hab dadurch mehr Follower gekriegt. Ich hab dadurch, alles hat sich verbessert dadurch. Und keiner, also wirklich gar keiner von, sag ich mal, meinen Hardcore-Hooligans schreibt auch nur einmal so, ja, war du Wichser, machst du heute frei, Alter? Was ist mit dir denn? Sondern die sagen dir, mach dir einen schönen Tag, gönn dir. Und wir sehen uns morgen. Ich hab fünf Euro bezahlt hier. Das hat schon ewig kein Mensch mehr gesagt. Sondern nur, ey, gönn dir, Maka, ich glaub, es ist besser. Das sind sogar noch die Sätze, die dann kommen so. Und ich denke auch, dass das wichtiger ist und dass dieser psychische Druck, einfach, der muss gar nicht da sein. Dieses German 9 to 5 Ding und jeder muss morgens immer auf Arbeit und immer pünktlich. Maka, ich bin selbstständig, kann arbeiten, wann ich will. Und ich arbeite sowieso durchschnittlich wahrscheinlich ein bisschen mehr als der Orthonormal, wenn ich nicht unbedingt stay high. Schöne Grüße, Küsschen, Tschüsschen muss sein. So, aber, verstehst du? Da muss man nicht sauer sein. Ganz ehrlich, ob du nur auf Arbeit, in einem, ich sag's jetzt einfach mal, im Katasteramt sitzt und den ganzen Tag nur so machst und nicht arbeitest und vorm Bildschirm sitzt und einfach nur alles langsamer machst und so draufklickst oder so. Oder ob du jetzt dir das Recht nimmst, einfach mal nicht live zu gehen. Verstehst du? Das ist halt, jeder Mensch hat solche Tage. Jeder hängt mal durch. Und auf Stream arbeiten ist halt auch arbeiten, Alex. Ich, bei mir blinken hier drei Leute, drei Sachen, die muss ich, da muss ich mich gleich noch rumkümmern. Bitte, mach. Wenn das noch hier reinpasst oder so? Nee, nee, nein, bei mir blinken gleich noch, also ich, ich muss mich nach dem Stream gleich noch um drei Sachen kümmern. Dann, 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 dann mache ich heute noch nichts mehr. Ach so, das meinst du, ja. Das wäre jetzt vielleicht sogar die perfekte Überleitung, um so langsam mal zum Ende zu kommen, wenn der Chat nichts mehr hat bei unserer Spezialfolge Ask Ask Anything. Ask Ask Anything, Junge. Ask all you want. Meine, meine hat nichts mehr. Meine hat jetzt gerade auch nichts mehr so richtig nachgeschoben, aber wir sind jetzt auch sehr, sehr weit in das Mental Health-Ding abgerutscht, was ich gut finde. Ist richtig. Ja, du, das habe ich vor ein paar Jahren auch völlig, also anders gesehen, anders durchgezogen, anders gemacht, anders wahrgenommen, so. Das hat sich bei mir auch entwickelt und ich bin da sicherlich auch noch nicht am Ende meiner Entwicklung. Das ist mir auch klar, ne? Ganz, äh, klar. Ja, das sowieso. Und viele Sachen werden auch ziemlich mehr scheißegal, als die, als die Anfang 20 sind. Ja. Ist halt so. Ja, wunderschön. Ist halt so. Ja. Möchtest du heute schließen? Ich mache es aber kurz und knapp. Ja, ich mache es auch kurz und knapp. Ja, dann fang an und ich mache den Deckel. Vielen Dank für eure Fragen heute. Das war wirklich prima, auch wenn wir ein bisschen abgedriftet sind. Verzeiht mir mal, also nicht, nee, verzeiht mir nicht. Ich bin immer ein bisschen forsch, ich weiß das. Ich möchte aber mein Weltbild nicht unbedingt mit Gewalt durchprügeln, sondern ganz klare Kante zeigen, wie ich Dinge meine, auch wenn das eventuell manchmal für den einen oder anderen schwierig ist. Aber ihr könnt mich gerne alles fragen. Ich erkläre euch das dann auch gerne ein bisschen ausführlicher an der Stelle. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schöne Grüße an alle, die den Podcast auf jeglichen Podcast-Plattform hören, die Refunix für uns befeuert. Küsschen an Refunix. Und ich bin jetzt raus, weil ich möchte Alex nicht alles nehmen. Tschüss. Bye, bye. Ich frage mich gerade, was du jetzt noch offengelassen hast. Eigentlich gar nichts. YouTube. Ja, die Folgen kann man sich ja, bei denen sie auch auf dem YouTube-Channel anschauen, bisher hören noch, das wäre auch noch so eine Möglichkeit. Alex, wenn Twitch irgendwann nicht mehr da ist, denk an deine Gefolgschaft bei YouTube und lad die Scheiße hin. Digga, ich habe über 60K-Follower auf YouTube, da knallt die Butzi, aber ich glaube, wenn ich jetzt ein YouTube-Short hochladen würde, dann würden ein paar Leute sagen so, ach, die gibt es noch. So weit, weißt du. Leute, es war, es war wieder sehr angenehm. Ich kann das nur sagen, ich fand es wieder sehr angenehm. Ich fand jetzt nicht, dass wir uns da irgendwie durchgequält haben, ganz im Gegenteil. Nö. Ja, ganz im Gegenteil. Es war so eine ganz lustige Mischung. Es fing mehr im Techie-Bereich an und ging dann jetzt mehr so in den, in den etwas persönlichen Bereich. Das hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Vielen Dank. Der nächste planmäßige Hardcast Stream-Podcast-Vodcast ist wieder nächste Woche abends um 18 Uhr. Das ist soweit geplant. Wir haben da keine anderen Dinge, die jetzt gerade nach Wichtigkeit schreien, soweit ich weiß. Ansonsten erfahrt ihr das auf unseren Social-Media-Kanälen. Folgt uns. Am Montag oder Dienstag? Einen Tag vorher? Ja, natürlich. Twitch Prime is not a crime. Und September ist auch lecker. Ja. In dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein und tschüss. Bye. Peace. Peace. Einen Tag. Einen Tag. Einen Tag. Untertitelung des ZDF, 2020